Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Hallo. Die Bewegt Bild Banausen. Die Bewegt Bild Banausen. Die sind wir wohl. Das klingt sehr stimmungsgeladen, wie du hier einsteigst. Stimmungsgeladen? Ja, wahnsinnig. Ist das jetzt wieder Ironie von dir? Ja, kurz vorm Koma, was ist da los? Wieso Koma? Nee, nee, ich freue mich voll. Hä? Okay, probiere das auch nochmal mit dem Einstieg. Hallo Leute, wie geht's euch? Hey, und du so? Hey, wir sind's. Der Podcast aus Berlin mit Lee und Gess. Das machst du großartig. Gefällt dir das besser? Ich glaube, du würdest das anstrengend finden, wenn ich das dauerhaft durchziehe. Ja, logisch. Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Film. Und ich habe da was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das ist der Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn. Ich bin ja dann einfach oft enttäuscht, wenn das besonders vorbereitet oder einfach irgend so was Lames ist. Enttäuscht wärst du. Ja. Es gehört zu meinem Job, dich auch ab und zu mal zu enttäuschen. So wie du mich auch sehr oft enttäuscht hast in diesem Podcast. Ja. Besonders mit manchen Punktevergaben. Ja, ich weiß. Also, da nehmen wir uns nicht viel. Nö. Ja. Nee, das ist Teil des Konzepts. Aber zumindest sind wir fleißig und boxen unsere Episoden raus. Das stimmt wohl. Als würden wir es hauptberuflich machen. Als würden wir es hauptberuflich machen. Als würden wir damit richtig Kohle verdienen. Aber der Transparente Podcast besagt, ich fahre noch in dieser Nacht, sitze ich im Zug nach Wien und besuche unsere Banausin Isar und die Family ein weiteres Mal. Und da ich diesmal nicht ihr WLAN beanspruchen wollte und die rausschicken aus der Wohnung, haben wir gesagt, nehmen wir diesmal hier mal die Episoden im Voraus ein bisschen auf und sind dann set. Also, das heißt, es wird wahrscheinlich keine Episode aus Österreich, im Höchstwahrscheinlich. Ja. Aber ich kann zumindest da einiges gucken und auch im Zug mir einiges reinziehen, was wir vielleicht, worüber wir hier vielleicht reden. Sollte Isar jetzt entgegen aller Erwartungen plötzlich sehr viel, zu viel Zeit haben, dann nehmen wir natürlich eine Episode mit der auf. Das auf jeden Fall. Aber wir haben ja gesagt, das geht auch, wenn ich nicht da bin. Das stimmt. Das ist sogar einfacher, wenn ich nicht da bin. Das ist richtig. Streng genommen. Insofern können wir das auch gern machen, wenn ich wieder zurück bin. Aber sie hat mir schon durch die Blume mitgeteilt, dass die kleine Maus jetzt wohl länger schläft. Ach. Ja. Also es sind nicht mehr zwei Stunden, die irgendwie, wo Isar und Taleb irgendwie Schlaf kriegen, sondern mittlerweile sind es wohl sechs. Oh. Es ist schon Luxus. Luxuriös. Ja. Es ist ein bisschen entspannter geworden. Mhm. Ja, schauen wir mal, was da so los ist in Wien. Werde mich da mit Otto auch treffen. Dem habe ich auch angekündigt, dass ich da bin. Ach cool. Geht ihr wieder ins Kino? Gucken wir mal, ja. Aber seine Kinovorstellung da findet nicht statt in der Zeit. Das habe ich schon gecheckt. Mhm. Und was ja diesmal anders ist, Nova ist ja zum ersten Mal auch am Start. Ja. Die kommt nämlich am Mittwoch noch dazu für zwei Tage oder am Dienstag oder so. Also das heißt, die kommt halt später und dann auch nur für zwei Tage und fliegt auch hin, weil, was soll ich mit dem Zug da acht Stunden hinfahren, wenn die nur zwei Tage da ist? Mhm. Und mit der werde ich dann so ein bisschen abends rumziehen. Okay. Wenn die Family dann um 21 Uhr schlafen geht, gehe ich vielleicht mit ihm ins Kino und gucke mir da irgendwas an, was so läuft in Wien. Schaue ich mal. Mhm. Ob man da so viel im Original kriegt und so. Muss ich mal checken. Na gut, da wird Otto dir ja weiterhelfen können. Da wird Otto mir sicher weiterhelfen können, ja. Gucken wir mal. Ich war ja, glaube ich, auch in Wien war ich ja jedes Mal im Kino, auch jedes Mal, wenn ich da war. Ja, ich denke schon. Aber gehört zu meinem Urlaub dazu oder wenn ich irgendwo im Ausland bin, dann check ich auch ab, was das Kinoprogramm so zu bieten hat. Hast du da so ein Highlight von deinen ganzen Auslandsreisen? Hast du irgendein Kino, wo du sagst, das war mal besonders flashig? Also, dass ich in L.A. oder in New York, also das Alamo Drafthouse ist auf jeden Fall, eines der geilsten Kinos, wo ich gewesen bin. So die Kette ist Kingshit. Und als ich in New York natürlich das erste Mal in den Starten im Kino war, das war schon auch was Besonderes. Ich war halt, ich war mit einem Kumpel da und ich hatte komplett andere Dressen als der. Der hatte halt keinen Bock auf Kino, also bin ich halt alleine ins Kino. Ich wollte halt unbedingt ein Baseballgame sehen, der Yankees, der kann mit Baseball nichts anfangen. Also bin ich alleine ins Baseballstadion gegangen. Okay, wow. Und in diesem Kino saß ich halt auch alleine ohne ihn und hab mir einen zweitklassigen Film angeguckt, nur jetzt um da ins Kino zu gehen und zu gucken, was da gerade läuft und hab dann mal aufgeschnappt, was da gerade lief. Ja, ist ja auch allein für die Erfahrung, ist ja cool, genauso wie das Baseballspiel. Also ich meine, du musst doch nicht so viel Interesse mitbringen, um dir das mal reinzuziehen. Einfach nur ein bisschen die Atmosphäre mitnehmen und so, ja, sehe ich auch so, aber er sah das anders, der hat halt, der war halt in seinem Film und hat dann halt, also wir haben da so zwei verschiedene Sachen auf jeden Fall gemacht, zum Teil. Nicht nur, aber war halt auch DJ, deswegen konnten wir so die Platten lehnen, könnten wir halt zusammen gemeinsam dicken, weißt du, als wir so rumgezogen sind, das war auch ganz cool. Immerhin. Aber was so die anderen Aktivitäten angeht, da war er nicht so offen. Da muss ich auch mal wieder hin, nach New York. Kommst du mit, Lee? Kommst du mit nach New York? Ja, New York fand ich frisch und immer sehr cool, aber das ist ja jetzt schon ziemlich runtergekommen. Das müssen wir selber auschecken, oder halt ein bisschen Glas reinbringen in die Stadt, wenn wir dann wieder auftauchen. Ausgerechnet mit uns, na gut. Aber dann, das heißt, USA war so das Spektakulärste, was du an Kino erlebt hast. Das war auch das erste Mal, dass ich Popcorn mit Butter gegessen habe, das hatte ich auch die Erfahrung, das habe ich auch noch nicht. Dass sie mich gefragt haben, so willst du Butter reinhaben, das war ja hier in Deutschland überhaupt nicht. Ja, finde ich auch überbewertet und auch nicht irgendwie geil für so Fingerfood. Ja, aber ich habe es dann halt probiert. Ich dachte so, when in Rome und so, when in New York. Und da habe ich zum ersten Mal Popcorn mit Butter gegessen. Okay. Hast du recht, muss man nicht, aber nimmt man dann natürlich mit. Ich weiß sogar, welcher Film das war. Das war dieser Trennung-Scheidungsfilm mit Vince Vaughn und Jennifer Aniston. Oh Gott. Weißt du? Okay. Wo sie dann einen neuen Freund hat und der neue Freund spielt dann mit ihm irgendwie Playstation, weil er irgendwie nicht so richtig ausziehen will und so. Ja, ja, okay. Also Trennung mit Hindernissen hieß es ja, glaube ich, auf Deutsch. Also jetzt nicht der Megafilm, aber es war natürlich geil, da ins Kino zu gehen. Da hatte ich natürlich mit Chiros in L.A., mit Midsommar und so. Das war natürlich ein ganz anderer Kaliber am Start. Mhm. Ja. Also das waren schon meine liebsten Kinoerfahrungen. Okay. Also alles, was in Amerika war, war auf jeden Fall schon mal, war schon mal besser als so ziemlich jedes Kino, was ich hier in Deutschland besucht habe. Obwohl das IMAX und so ist ja schon. Ja, ja, eben. Da geht schon einiges. Das stimmt wohl. So, wenn wir hier gerade über internationale Erfahrungen sprechen. Ich habe mal lustigerweise gestern Abend aus Langeweile mal so ein bisschen unsere Statistiken geguckt. Und da habe ich mal so geguckt, von wo die Leute uns hören. Ach so. Und habe das mal ausgecheckt. Und natürlich steht Deutschland an erster Stelle. An zweiter Stelle kommt schon die USA. Was? Ja, fand ich schon auch interessant. Und dann kommt erst die Schweiz. Ist ja abgefahren. Und Schweiz übrigens noch vor Österreich. Ja. Deine Fans. Tja. Halten die Stangen hoch. Ich weiß nur von Österreichern irgendwie, die uns supporten und die uns hören. Aber hoffentlich sind auch eine Menge Schweizer dabei. Ja, warum supportet uns denn niemand? Aus der Schweiz haben wir noch keinen Supporter. Ja, was ist da los? Also Bayern, Österreich, so Umland, aber keiner aus der Schweiz. Ja, und dann hat so die normalen europäischen Länder. So Schweden, Dänemark, Niederlande, Spanien, Italien. Dann kommt China. Aber wie kann denn USA auf Platz zwei sein? Ist krass. Und zwar wirklich, also nicht gerade wenig. Also nicht nur irgendwie 20, sondern schon irgendwie ein ganzer Haufen. So, jetzt klicke ich mal ganz nach hinten. Und da kommen halt verschiedene Länder, die halt nur ein Stream haben aus diesen Ländern. Und wenn derjenige oder diejenige sich meldet, die uns diesen Stream zu verantworten hat und uns beweisen kann, dass du das warst. Wie kann man das denn beweisen? Kriegst du von mir eine Wunschrezension. Okay. Das sind mehrere Länder. Das sind glaube ich auch die zehn Länder, die ich hier sehe. Einmal bitte möge sich der oder diejenige melden, die uns von den britischen Jungferninseln gehört hat. Also wenn du auf den britischen Jungferninseln warst und die Bewegtbebahnhausen gehört hast, dann melde dich. Du kriegst von uns eine Rezension und... Also da muss doch jemand Urlaub gemacht haben und dann hat er dir nichts Besseres zu tun. Das ist ja schon, also ehrt uns sehr. Weiß ich nicht, ob das Urlaub war oder dienstlich oder vielleicht wohnt da jemand, der uns hört. Auf den britischen Jungferninseln. Das wird immer unwahrscheinlicher. Aber okay, cool. Ja, ich bin auch gespannt. Dann gib dich da mal auf die Suche. Und dann suche ich mir hier noch ein Land aus. Ich nehme Kyrgyzstan. Der oder diejenige, die diesen Einstream aus Kyrgyzstan irgendwie gemacht hat und die Bewegtbebahnhausen da gehört hat. Bitte melde dich. Auch du kriegst eine Rezension, wenn du das warst. Crazy. Es sind schon auch interessante Länder dabei. Ach so, eine Statistik fand ich natürlich auch super interessant als Serbe. Haben wir natürlich die Balkanländer genau angeguckt. Und Serbien ist irgendwo im Mittelfeld. Okay. Gleich darüber mit mehr Streams Albanien. Grüße an meine albanischen Freunde. Ich mache jetzt nicht die Doppeladler, aber trotzdem einen schönen Gruß. Und darüber noch, also da kommen noch ein paar andere Länder, hier Thailand, Libanon, Kanada und so. Und dann kommt Kroatien. Also uns haben mehr Leute aus Kroatien gehört als meine Landsleute. What the fuck? Juckt dich das, ja? Ist schon ein bisschen, was soll das so? Also ich vertrete ja hier ein bisschen unsere Nationen und dann hören sämtliche Nachbarn uns, aber nicht die eigentlichen Patrioten. Ja. Ich sage nur Schweiz auf Platz 3. Schweiz auf Platz 3, richtig, ja. Bei dir machen sie es richtig. Ja. Finde ich schon ganz interessant. That's right, nobody messes with Switzerland. Richtig, ja. Ja, ja. Aber ey, jetzt mal ohne Scheiß. Also so ein Supporter aus der Schweiz, das muss ja langsam schon auch irgendwie her. Wird völlig. Also alle, die uns jetzt aus der Schweiz zuhören, so jetzt lass mal hier, lass mal ein bisschen was rüberwachsen, ey. Wir haben ja einen Schweizer Landsmann von euch, was da los wird. Ja, vor allem für Schweizer Verhältnisse sind wir doch ein Schnäppchen. Ja. Und wir haben ja einen Haufen Österreicher, also was ist denn das? Ja, eben. Oh Gott, ey. Außerdem sind die doch reicher, dachte ich, als der Rest. Das hast du jetzt gesagt. Und Kuren und alles irgendwelche. Kuren, Alter. Das ist doch so geil, dass nach Banken erstmal irgendwelche Kuren. Ich habe ja dran gedacht, dass Hollywoodstars halt in die Schweiz gehen, um da ihr Lebensabend zu verbringen. Also insofern hört sich nach einem luxuriösen Land an auf jeden Fall. Ja, okay. Also insofern haben die keine drei Euro für Tabelleneinsicht oder was. Die Schweiz ist eine einzige Freiluftkur. Die Schweiz fängt halt mit SCH an, wie Schottland. Und Schweden. Ja, aber Schottland hat einen bestimmten Ruf. Darauf wollte ich ihn aus. Ja, wie die Schwaben. Merkst du was? Ja, stimmt. Alles SCH-Länder. Ja, was ist da los? Vielleicht haben die Schweden einfach ein besseres Image. Wobei Sean Connery wäre Sherby wahrscheinlich auch dabei gewesen. Sean Connery sowieso, Alter. Sherby, ja. Ja, Mr. Nash, den haben wir ja heute. Den haben wir heute, ja. Den haben wir heute. Tatsächlich. Am Start. Apropos Filme. Apropos Filme, ja. Ganze drei gemeinsame Filme. Ein Kinofilm, auf den ihr bestimmt schon wartet. Extrem late to the party, die Bannhausen wieder. Jetzt schwenkst du hier wieder um, ey. Das wäre ja gewesen, der Übergang. Ach so, ja, natürlich. Und dann haben wir zwei Auftragsfilme. Einer davon mit Sean Connery. Und auch gleich der erste. Gleich der erste, ja. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen einen administrativen Teil, oder? Den wollen wir wahrscheinlich am Anfang auch machen. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher administrative Teil das sein soll. Du willst mir doch bestimmt noch irgendwas erzählen. Oder kommt das erst in der nächsten Episode? Also, wenn du auf ein bestimmtes Ritual bei uns eingehst, was wir immer in der letzten Episode bringen, das wäre dann die nächste Episode. Bin ich ja alle zu früh, okay. Du bist wie immer zu früh, der Switch is it, ja. Besser als zu spät, oder? Kommt drauf an. Ja. Also jetzt in unserem Kontext, meine ich. In unserem Kontext, okay, dann mag das sein, ja. Ist das wieder eine Anspielung, weil ich zu spät ins Kino gekommen bin? Wolltest du wieder so? Das hat ja eh zugenommen, sowas. Zu spät kommen, das ist tendenziell eher schlechter geworden als besser bei dir. Das ist vornehmen. Bist immer vornehmer, ja. Ich werde immer vornehmer, Alter. Weißt du, warum das schlechter geworden ist? Erzähl. Weil ich öfter mal mit den Öffentlichen unterwegs bin, auf deinen Ratschlag. Mit dem Auto war ich noch einigermaßen pünktlich, aber seitdem ich mit den Öffentlichen unterwegs bin, auf dem Weg hierhin... Ist klar, Alter, ist klar. Auf dem Weg hierhin... Perfect cover story. According to the gossip I've heard, it's airtight. That's got quite an analysis. Ja. Ich bin ja wieder erstmal runtergelaufen, sehe den vollen Bahnsteig und da drüber steht so Polizeieinsatz. Bitte achten Sie auf die Durchsagen. Also anstatt wegen der nächste Bahn in zwei Minuten, drei Minuten. Ich so, okay, super, jetzt stehe ich da und weiß gar nicht, was passiert. Ja. Stehen wir jetzt hier eine halbe Stunde, stehen wir eine Stunde, ich weiß nicht, was schon durchgesagt worden ist. Mhm. Und dann kam die Bahn aber nach zwei Minuten. Das ist doch in zwei Minuten. Ja, die kamen, aber stand halt nicht da und das ist das reine Glücksspiel da mit den Öffentlichen. Ja, ich weiß, das ist manchmal auch hartnervig, aber wenn es funktioniert, ist es halt schon eine Ecke geiler, als da mit dem Auto rumhasseln. Ja, das stimmt schon. Aber man ist halt nicht immer pünktlich, da sind halt auch ein paar Sachen bei, wo ich halt irgendwie 20 Minuten statt irgendwie drei Minuten auf die Bahn warten musste und dann komme ich halt zu spät. Tja. Da hatte ich im Auto mehr meine Zeit im Blick. Naja, siehe gestern ja auch manchmal nicht. Ja, gestern war es im Auto auch scheiße. Ich entschuldige mich hier am Mikrofon, entschuldige mich, dass du warten musstest. Es geht mir überhaupt nicht ums Warten, es geht mir darum, dass wir tatsächlich es geschafft haben, den Anfang des Films zu verpassen. Aber minimal. Ja, offen, das wissen wir jetzt nicht, aber ich gehe ich von aus. Ich habe recherchiert, was da noch passiert ist, tatsächlich. Hast du recherchiert? Recherchiert. Na dann. Ja. Okay. Ja, weil das, da weiß, da habe ich mir dann kurz überlegt von mir, dass das letzte Mal passiert ist und ganz ehrlich, wüsste ich nicht. Geht mir auch so. Muss es nichts heißen, kann zwei Wochen her sein, aber. Ich kann mich auch nicht erinnern, warum verrätst du das denn hier? Jetzt denken die, jetzt nehmen die unsere Rezension gar nicht ernst, weil wir den halben Film gesehen haben. Genau. Nein, also das kann ja wirklich nur ein paar Sekunden gewesen sein. Ja, denke ich auch. Aber fairerweise muss man auch sagen, ich habe zu dir gesagt, du kannst schon reingehen und hinterlegst meinen Ticket. Ja, ja, nein, ich war ja voll bei dir, nie im Leben hätte ich mit gerechnet. Ich auch. Also weil, dann müssen die wirklich wenig Werbung gezeigt werden. Wir reden übrigens von einem Blockbuster Dune, von dem Sequel, wo ich davon ausging, dass da mindestens 30 Minuten Werbung und Trailer und so alles mögliche geballert wurde. Ja, wobei, ich habe ja auf 20 Minuten kalkuliert und war damit auch noch drüber. Und da dachte ich schon, das wird hundertprozentig länger als 20 Minuten gehen. Und nach 20 Minuten waren wir ja drin. Und da lief der Film schon krass. Ja, wir waren eben unter 20 Minuten drin und trotzdem lief es ja schon, ja. Deswegen sage ich, ja, es kann wirklich nicht viel gewesen sein. Ja gut, aber dazu später mehr. Ja, bei der Filmlänge wäre es frech, deswegen die Rezension nicht ernst zu nehmen. Naja, erstmal die unbestechlichen. The Untouchables für unseren Kumpel Jens Mann. Yes. Schönen Gruß, das Mann los. Hat er aufgewertet zum Auftragsfilm oder umgewandelt. Kann man bei dem Kaliber gerne machen. Ja. Und wir raten. Ja. Unsere ganzen Auftragsfilme, die wir uns so bis Ende des Monats noch aufgehoben haben für die nächste Episode. Sehr viel davon im Oscar-Rennen. Ist mir mal aufgefallen. Ja. Eine Menge, oder? Ich habe hin und her überlegt, weil ich finde, das ist jetzt wieder die Sorte Film definitiv im oberen Drittel, aber kann halt bis 10 alles sein bei dir, finde ich. Mhm. Weil da doch schon sehr viel dabei ist, was sehr viel in den Filmen spricht, finde ich. Also vor allem, wenn man mal das Line-Up hier sieht und so, das sind auf jeden Fall auch eine Menge Leute dabei, die du gerne siehst. Was? Ich hasse Charles Martin Smith. Ja. Und ich hasse De Niro. Mhm. Na, gerade bei ihm. Und ich hasse Kevin Cosson und Sean Connery. Und deswegen, ich habe mich jetzt auf 9 eingeschossen. Auf 9, sowieso. Ja. Weißt du was? Ich tippe mal eine mutige 10 bei dir. Eine mutige 10, sagt er gestern. Okay. Die Unbestechlichen. Mhm. Die Unbestechlichen aus dem Jahre 1900, von wann ist der? Habe ich mir nicht notiert. 1987. 1987, ja. Ich habe mir das Jahr diesmal nicht notiert. Okay. Ja, und ich habe es erwähnt, vierfach Oscar nominiert. Connery ging hier als Nebendarsteller mit dem Oscar nach Hause. Ansonsten war Art Direction, Kostüme und Musik noch nominiert. Sollten wir auch erwähnen, wer das ist. Also das ist ein Hochkaräter. Mhm. Und, ähm. Ennio Morricone heißt er. Ennio Morricone hat die Musik geschrieben. Und ich fand's, ich fand's ziemlich eingängiges geiles Team wieder von ihm. Also das war ein geiler Score, weil der ist halt viel treibender, als er normalerweise hat. Aber du hast zwischendurch trotzdem diese Mundharmonika, weil ich gesagt habe, es hört sich an nach Morricone irgendwie in so einem, aber halt so mit 80er, im 80er gewinnt. Das fand ich schon ganz geil. Mhm. Und der Regisseur ist Brian De Palma. Auch jemand, den wir hier schon das ein oder andere Mal hatten. Und auch den Autor hattest du hier schon. Und zwar auch in, äh, Regieform hast du dir ein paar Filme von ihm reingezogen, um zu gucken, was der macht. Weil der war in den 80ern richtig groß, äh, was so Drehbuchautoren angeht. Ja. Zwei von Oscar nominiert für The Verdict und für Wack the Dog, David Mamet. Mhm. Hat er, ähm, ja, dann haben wir noch zwei Writing Credits. Der eine ist von Oscar Fraley. Der hat das Untouchables Buch geschrieben und, äh, dann hat Elliot Ness hier noch einen, noch einen Writing Credit. Das Buch stammt ja von denen. Das Buch stammt von den beiden, richtig. Ja, und darauf basiert das halt lose. Und ich finde, neben dem Komponisten muss man hier auf jeden Fall auch die Kostüme erwähnen. Weil die stammen halt zum Großteil von Armani. Giorgio Armani, ja. Und das macht halt schon was her. Und die haben da auch alle mitgezogen. Bis auf natürlich ein, wer sonst, Sean Connery, hatte keinen Bock auf Armani. Er wollte sein eigenes Ding da durchziehen. Aber hat natürlich für einen besonderen Stil gesorgt, so, weißt du, sein Outfit. Ja, aber, also du hast ja auch das Making of wahrscheinlich komplett angeguckt. Und ich finde, da kommt schon auch stark raus, das muss nicht immer einfach gewesen sein, mit dem zu arbeiten. Also, bei wie vielen Sachen der sagt, nee, hab ich keinen Bock und so nicht. Und verstehe ich nicht und boah. Scheint schon ein eigener Typ zu sein, ja. Naja, und vor allem auch, finde ich ganz geil, was de Palma so erzählt hat im Interview. Dass er meint, du darfst dem keinen Spielraum lassen. Der will keinen Graubereich. So, der will ganz klar definierte Ansagen. Und dann macht er auch genau das und nichts anderes. Und das ist halt, ich finde witzigerweise, dass das in dem Film hier schon auch auffällig ist. Deswegen finde ich es auch spannend, dass er hier für den Oscar bekommen hat. Aber da kommen wir ja noch zu. Da kommen wir noch zu. Ja. Würden wir erstmal, ich würde mal einsteigen, indem wir die Story mal so ein bisschen zusammenfassen. Also, es geht hier um eine Speziale rund um Elliot Ness. Und wir sind während der Prohibitionszeit in Chicago. Ja, 1930. 1930, richtig. Und dieser besagte Elliot Ness will den Alkoholschmugglern und Bootlegern den Kampf ansagen. Und will gegen die antreten. Und dafür sucht er sich halt drei Partner für seine Truppe. So ein bisschen Casting-mäßig. Da ist halt ein älterer, sehr erfahrener irischer Streifenpolizist dabei. Der gespielt von Sean Connery. Der spielt Malone. Dann haben wir einen italienisch abstimmigen jungen Cop gespielt von Andy Garcia. Der heißt Stone. Eigentlich heißt er Giuseppe Petri. Also, das ist ein bürgerlicher Name. Aber er ist halt ein Italiener, der auf der richtigen Seite des Gesetzes ist. Dann haben wir noch einen. Der ist übrigens super Schütze. Und das allgemein ein sehr guter. Den finden die im Skistand. Und sagen sie, okay, alles klar. So einen kann man gebrauchen. Und da haben wir noch einen Buchhalter. Ja, vor allem. Ich finde es halt geil, dass sie den holen. Weil die holen den ja aus der Polizeischule. Der ist ja noch kein fertiger Polizist. Und die Begründung ist, du musst die halt greifen. Bevor die verdorben werden. Dass man die formen kann. Richtig, ja. Naja, und dass sie halt noch nicht korrupt sind. Richtig. Also Sean Connery ist ja zum Beispiel auch einer als Malone. Der fungiert ja auch. Weil Elliot Ness ist ja noch recht jung. Und Malone fungiert so ein bisschen als sein Mentor. Weil der ja schon super Erfahrungen hat. Und er hat halt den Kampf gegen die Kriminalität noch nicht aufgegeben. Sondern er sagt sich halt, jetzt hat er die Chance im Alter halt noch irgendwie sauber zu machen in seiner Stadt. Naja, im ersten Moment ist er ja schon sehr resigniert. Und weil er die ganzen Strukturen eben kennt. Klar. Was dann später zum Vorteil wird. Aber er muss ja schon überredet werden. Und kommt dann aber an, weil er natürlich diesen moralischen Kompass hat. Richtig. Aber das halt anfangs schon für sehr aussichtslos hält. Aber klar, der ist der Mentor der Truppe. Ja. Und dann haben wir noch einen vierten Herrn. Der ist eigentlich mehr Buchhalter als krasser Schütze oder jetzt so ein Hau drauf. Und der muss für eine Razzia von den Jungs aber auch mal eine Schrotflinte in die Hand nehmen. Und ganz oben auf der Fahndungsliste dieser Jungs steht natürlich Al Capone. Weil der herrscht über dieses ganze Imperium und schmuggelt Alkohol im großen Stil. Aber man konnte ihm bisher nichts beweisen. Und den haben sie so ein bisschen auf den Kicker. Mhm. Das ist eigentlich die Story. Das ist gut, ja. Um den geht's. Also es geht drum, um Al Capone zu Fall zu bringen. Die nehmen natürlich links und rechts auch noch irgendwelche Banden hoch. Also überall, wo irgendwie Alkohol geschmuggelt wird. Vom Postamt bis über irgendwelche anderen Maschinen, die da ein. Und bis zur kanadischen Grenze. Und sichern sich da das Zeug. Teilweise schon mit Schusswechsel verbunden. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein zentrales Thema des Films, dass Al Capone die Stadt komplett in der Hand hat. Und das eben so weit greift, dass diese Korruption bis in die Justiz, also über die Polizei bis hin in die Justiz. Ja. Und deswegen sieht das ja auch so aussichtslos aus. Und das Ziel ist schon, Capones Fall zu bringen. Ja, die können auch dem Polizeirüber niemanden trauen. Und alles, was so Absprachen angeht und so, trifft man dann irgendwie in der Kirche oder so irgendwo, wo keiner halt mitlauscht. Ja, und alle sind bestochen. Alle sind korrupt. Das ist so krass. Und weil diese Spezialtruppe eben unbestechlich ist, wie es auf Deutsch heißt, werden sie die Untouchables genannt. Richtig. Es wird natürlich auch versucht, mit einem Briefumschlag da Elliot Ness ein bisschen ruhig zu stellen, aber das funktioniert nicht. Ja, Untouchable like Elliot Ness. Richtig, ja, genau das. Der lässt demjenigen dann gleich zu verstehen geben, ist nicht. Schon lustig, wie oft der besungen wurde, ne? Ja, gerade im Hip-Hop. Ja, eben. Also da fallen mir zumindest mal zwei ein. Kann man erleben, das ist oft gefallen. Hast du denn die Schwarz-Weiß-Serie von damals mal geguckt? Ne. Die hast du nicht gesehen? Ne, ich wusste tatsächlich auch nicht, dass es eine Serienvorlage gab. Habe jetzt mal geguckt, die lief von 59 bis 63, zwei Emmys bekommen und das ist ja eigentlich auch tricky, weil war eben auch Paramount und weil die die Rechte noch hatten an dem Stoff, mussten die halt nichts für diese Neuauflage bezahlen. Und dann gab es ja auch nochmal eine Serie von, auch recht kurz lebe ich, von 93 bis 94. Gab es auch nochmal eine Serienauflage. Okay. Von der habe ich nichts mitbekommen, aber die alte Serie, die Schwarz-Weiß-Serie, die lief auch in meiner Übung im Fernsehen und habe ich schon die eine oder andere Folge mal gesehen. Im Ernst? Ja. Okay, wow. Also zu meiner Zeit definitiv nicht mehr, oder? Ich habe es halt null mitbekommen. Ich glaube, du hast es nicht mitbekommen. Also deine Zeit ist jetzt nicht so weit entfernt von meiner Zeit. Aber es klingt gerade sehr danach, Alter. Ich habe sie auf jeden Fall nicht in dieser Zeit gesehen, die du gerade genannt hast, dieses Jahresspektrum, sondern bestimmte Serien wurden ja auch später nochmal wiederholt. Ach komm, du hast die erste Ausstrahlung gesehen, also 59 bis 63. Mit meiner Ehefrau damals, mit meiner ersten. Ja. Nein, habe ich nicht. So, El Capone übrigens besetzt mit Robert De Niro, was schon mal auf jeden Fall ein Hochkaräter ist, den man nie gekriegt hat. Man hatte Bob Hoskins schon irgendwie als Capone besetzt. Und als der Palmer dann wirklich De Niros Zusage hatte für drei Wochen, dann haben die Hoskins rausgekauft aus dem Projekt und haben ihn dann Shake ausgestellt und haben ihn dann ausgetauscht gegen Robert De Niro. Wobei, ich glaube, das ist er auch ein guter Capone gewesen. Ey, der hat einfach einen sechsstelligen Betrag bekommen. Ja. Für nichts. Also, dass er nichts. Der musste nicht drehen. Das ist so wie Danza Washington für, das hatten wir doch auch schon bei. Der gibt es immer wieder mal, aber also schon lustig, weil der Plan war ja ursprünglich, Hoskins zu besetzen, weil De Palma hatte schon relativ früh Robert De Niro vorgeschlagen und dann haben die aber gesagt, können wir uns nicht leisten. Ja. Und es hieß ja auch immer, das war ja sowieso bei diesem Budget von 25 Millionen, wo sie dann schlussendlich gelandet sind, in der Größenordnung hieß es eh, da ist kein großer Druck drauf, wir brauchen keine Stars für den Film. Deswegen war ja überhaupt die Besetzung von Kevin Costner in der Hauptrolle möglich, weil er zu diesem Zeitpunkt noch kein Star war. Richtig, warum nicht? Der, so gesehen, waren zum damaligen Zeitpunkt die einzigen Stars in dem Film dann schlussendlich eben Sean Connery und Robert Niro. Ja. Und alle anderen waren noch relativ neu und ich meine, wir sind ja selbst in so kleinen Nebenrollen, ne? Also Patricia Clarkson spielt die Frau von Elliot Ness. Gut, das war ja auch ihr Kinodebüt, aber ich hab sie, also gleich hat sie es zum ersten Mal gesehen, aber da dachte ich auch so, ich hab sie, glaube ich, noch nie so jung gesehen in einem Film. Ja. Das erklärt's natürlich. Ja. Spielt die Frau. Naja, und Oscar Wallace, dieser Buchhalter bei den Untouchables, der wird von Charles Martin Smith gespielt, den haben wir jetzt noch nicht erwähnt als einzigen. Naja, ich würde noch, Jack Keo haben wir hier noch, den hattest du auch in dem einen oder anderen Film. Dann haben wir Don Harvey als jungen Polizisten, der heute noch irgendwie ständig Cops spielt, den kenne ich natürlich aus The Doos und We Own The City, da halt um einiges älter, aber spielt dort immer noch einen Bullen und Billy Drago als Nitty, das ist sozusagen der Henchman von Capone und der Mann für die... Frank Nitty. Für die Dranking-Jobs, Billy Drago, den fand ich auch ziemlich geil in Bösewicht, den kenne ich tatsächlich aus irgendeinem Tremors-Sequel, wo er so einen Revolver-Helden spielt, aber der bringt schon die Fresse mit, um Bösewichte zu spielen, ne? Ja, ja, total. Auch mittlerweile verstorben. Aber es ist krass, dass größere Namen letztendlich eben im Gespräch waren, weil für Elliot Ness wurden tatsächlich Jack Nicholson, Don Johnson und Mickey Rook haben tatsächlich abgesagt, also das sind diejenigen, die nicht nur in Anbetracht gezogen worden sind, sondern die auch gefragt worden sind, ob die mitmachen und die hatten, die hatten da keinen Bock. Ja. Ja. Ja, so jetzt, wie fandst du das nach einer erneuten Sichtung? Also wir haben ja beide, glaube ich, schon auch davor gesagt, wir kannten den natürlich, beide. Ja. Aber ist das so ein Film, den du von damals einmal gesehen hast oder hast du den auch zwischendurch mal wieder geguckt? Das ist wirklich sehr lange her, aber es kann sein, dass ich den vielleicht noch ein zweites Mal irgendwann gesehen habe, aber die letzte Sichtung ist schon wirklich sehr lange her. Ja, aber ich sag mal so, du hast diesen geilen Cast, du hast, Alter, du hast De Niro als Al Capone, du hast die Musik von Morricone und Anzüge von Armani hast du schon erwähnt, du hast die Kamera von Stephen H. Burrum, das ist der Typ, der auch die Kamera bei Kalitos Way und der Rosenkrieg und so gemacht hat. Geile Bilder. Also ich sag mal sowas, not to like bei dem Film. Klar, voll. Das ist ein super geiler Film. Sehe ich auch nach wie vor so. Das ist immer noch ein sehr geiler Film. Jetzt haben wir den ja in 4K gesehen. Ja. Und da sind wir jetzt jetzt, wenn wir gerade bei der Bildsprache noch sind, tatsächlich so ein paar, so eine Handvoll Shots aufgefallen, die nicht perfekt waren. Na jetzt bin ich mal gespannt. Naja. Ich hab ihn ja in der gleichen 4K gesehen. Allein die Schärfe, dass zum Beispiel Al Capone hält ja ganz gerne Ansprachen vor der Presse und da gibt's wahrscheinlich mehrere, aber ich denke jetzt an einen, so einen leicht untersichtigen Shot nah auf Robert De Niro. Ja, ja. Leicht untersichtig. Das passt ja. Die Reporter-Mengen um ihn so rum ist. Genau, aber du siehst nichts außer ihm in dem Shot. Und da sind seine Augen unscharf und seine Ohren sind scharf. So, da hat halt der Schärfezieher einfach verkackt. Okay. Und von solchen Kleinigkeiten gibt's tatsächlich eben eine Handvoll. Das ist wirklich nicht viel, aber in 4K fällt's dir halt auf. So, weil das ist einfach ein Close-Up auf Robert De Niros Gesicht und seine Augen sind nicht scharf. So, seine Ohren sind scharf in dem Moment. Ah ja. Er ist ein Beispiel jetzt, ne? Und deswegen, mir sind dann bildsprachlich so eben so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, ah okay, ist nicht so perfekt, wie ich den in Erinnerung hatte. Aber ich finde, das kann man vernachlässigen. Aber dann gab's noch so ein, zwei andere Faktoren, die ich früher entweder anders oder übersehen hab, wo ich heute so ein bisschen dran hängen geblieben bin. Und das ist zum einen, finde ich, auch eher zu vernachlässigen. Ich finde die Musik manchmal tatsächlich ein bisschen zu sehr auf die Zwölf. Die läutet dann manchmal schon sehr dramatisch ein, was jetzt kommt. Ja. Das war mir manchmal ein Ticken drüber. Und dann hab ich hier das erste Mal ein Problem mit der Figurenzeichnung von Sean Connery und seinem damit verbundenen Schauspiel gehabt. Ach echt? Und ich find's krass, dass der den Oscar bekommen hat, weil ich finde, man sieht, dass der eben Dinge einfach sehr gut behauptet. Dass der halt eine Sache vorgesagt bekommt, so und so will ich das haben und dann macht er das so. So, für mich, das, ich weiß nicht, also ich behalte ihn sowieso jetzt nicht für den Daniel DeLuis seiner Zeit. Ich glaube, dass der schon auch beschränkt ist und dass der wahrscheinlich zu drei Viertel darüber funktioniert, dass das halt ein wahnsinnig kerniger und charismatischer Typ ist. Aber so jetzt reines Schauspiel, wüsste ich jetzt auch so aus dem Stehgreifen nichts, wo ich sag, das war was, das hab ich zu 100% gefühlt und so. Und da würde ich sagen, da hat er das optimal gemacht. Also ich find, wie Sean Connery, funktioniert für mich primär als Typ, als jetzt als richtig guter Schauspieler. Generell, nicht nur jetzt in dem Fall. Ja, ja, schon. Okay. Krass. Also wüsstest du jetzt so aus dem Stehgreifen einen Film, wo du sagst, da hat er auf einem Level gespielt, das war irgendwie ein klarer Oscar-Snap oder sonst was. Für mich gibt's tatsächlich mehrere Filme, wo ich ihn großartig finde. Also Name der Rose fällt mir definitiv ein. Da war er schauspielerisch schon extrem, hat er extrem hohes Niveau an den Tag gelegt. Ja, ich find auch da, das ist mehr der Film, der es zu einer guten Performance macht, als jetzt wirklich das, was er da macht. Also ich weiß, was du meinst, er ist natürlich ein Charakter und weißt du, du kennst ihn als Bond und so. Und du weißt, dass er halt eine Charakterfresse ist und mit diesem, dass er auch drauf scheißt, ob er jetzt grad seinen schottischen Akzent, ob der da durchbricht oder nicht, weißt du. Ja, das ist jetzt auch sowas, ne, er spielt einen irischen Bullen und gibt halt einen Fake und spricht sein schottisches Ding. Das ist jetzt auch so ein Ding, wo du sagen kannst, ja gut, wenn er ein Schauspieler wäre, dann könnte er ihn auch ablegen. Aber er legt ihn halt nie ab, egal was er halt spielt. Aber neben dem find ich schon, dass er spielen kann. Ja, ich sag auch nicht, dass er nicht spielen kann. Aber weißt du, es gibt da ja schon noch Abstufungen. Und jetzt sein Schauspiel mal dahingestellt, ich find eben auch die Figurenzeichnung als dieser Mentor, der es irgendwie immer besser weiß und wie der gezeichnet ist, ich find das nicht geil. Es ist halt wahnsinnig zweckdienlich. Aber für mich ist diese Figur irgendwie nicht rund. Okay. Das find ich abgefahren, weil der hat für mich zu Recht ja den Oscar bekommen. Also für den Part hier, weil... Ich hab jetzt nachgeguckt, wer in dem Jahr noch nominiert war, weil ich dir gerne gesagt hätte, ich hätte den viel eher dem und dem gegeben. Okay. Weil wirklich für mich ist das hier keine Oscar-Rolle, wie ich sie sonst erwarten würde. Oder keine Oscar-Performance. Die Rolle hat's wahrscheinlich schon hergegeben, aber ich find ihn nicht wirklich optimal, wie er das spielt. Aber ich hab dann eben nachgeguckt und festgestellt, von den anderen Nominierten keinen einzigen gesehen. Deswegen kann ich dir da gar nicht sagen, der oder der hätte es eher verliehen. Hast keinen gesehen. Für mich hat er sehr gut funktioniert als Mentor von Erlebnisse. Also im Gegenteil, ich find, wenn ich hier irgendwas kritisieren würde im Film, dann das, dass Kevin Costner viel zu glatt ist. Weißt du, dass der überhaupt keine Ecken und Kanten ist, dass er so dieser Strahlemann ist. Er ist logisch, unbestechlich. Aber man hätte ihn natürlich auch so zeichnen können, dass er irgendwelche Flaws hat. Ja, aber das musst du dann eben auch so schreiben, dass es halt nicht forciert klingt. Und ich weiß jetzt nicht, also bei David Mamet, was ich finde, halt immer wieder merke, wenn ich mir Filme von dem angucke oder dir geschrieben hat, was ganz klar seine Stärke ist, sind halt Dialoge. Alter, das ist immer so ein geiles Dialogfeuerwerk, wenn sich Leute irgendwie ankacken oder so, ist das halt, oder auch Monologe, ne? Super. Jetzt so Figurenzeichnung insgesamt, weiß ich nicht, ob da seine Stärke liegt. Ich will den da auch nicht kritisieren. Ich sag nur, in dem Film ist es mir halt so ein bisschen aufgefallen, du hast hier natürlich primär Figuren, die einen Archetyp erfüllen. Und so ist ja die Truppe auch schon zusammengewürfelt. Du hast halt irgendwie, wie Kevin Costner das in dem Interview ja auch erklärt, du hast so diese Mentorfigur, dann hast du halt den jungen Aufbrausenden, aber halt in einer Sache richtig gut. Dann hast du einen Brain in Form des Buchhalters und dann eben ihn, der so den Trupp zusammenhält oder der das alles zu einer Synergie macht. Das ist ja schon sehr archetypisch aufgebaut. So deswegen, das ist jetzt eh kein Film, der so Mördertiefgang, das will der ja auch gar nicht. Also der funktioniert ja voll über Stimmung und darüber, dass es auch super spannend aufgezogen ist. Ja, aber im direkten Kontrast fällt das schon auf, finde ich. Also, weil ich hab Kevin Costner natürlich schon einen Film gesehen, wo er den kompletten Film trägt. Aber findest du nicht, dass man ihm diese Verbissenheit krass abkauft? Also, ich hab hier drei Namen vorgelesen, Mickey Rook, Jack Nicholson und Don Johnson. Ich hätte die alle drei lieber gesehen als Kevin Costner. Ich glaube, dass die das besser gemacht hätten. Oh, wow. Oder zumindest auf jeden Fall mit mehr Charakter, drücken wir es mal so aus. Ich finde ihn halt hier sehr austauschbar. Im Gegensatz zu anderen Filmen. Krass. Naja, find ich nicht. Ich weiß nicht, weil ich kaufe ihm halt dieses Verbissene bis über den Punkt des Vernünftigen hinaus, kaufe ich ihm halt ab. Das kaufe ich ihm auch ab. Das geht jetzt nicht in den Bereich, dass ich ihn jetzt unglaubwürdig finde. Ich finde ihn halt nur zu glatt. Und das ist aber eher jetzt die Figurenzeichnung? Das ist die Figurenzeichnung. Weil du sagst ja, wenn jetzt Mickey Rook das gespielt hätte, hättest du ihn lieber gesehen, der hätte ja trotzdem dieses Drehbuch gehabt. Da hätte er ja trotzdem auch keinen Flaw gehabt, wie du es jetzt sagst. Aber Mickey Rook ist trotzdem irgendwie ein anderer Typ und Don Johnson... Ja, weil der halt schon aussieht, als hätte er ein Problem. Eben. Das reicht ja schon. Ja, okay. Gut. Die sollen halt irgendwie mehr Charakter mitbringen. Und deswegen jetzt zu deiner direkten Ausführung finde ich halt, dass die Nebenrollen halt viel interessanter waren. Ob jetzt Andy Garcia, weißt du, als dieser Italo-Cop oder... Der war für mich auch schauspielerisch tatsächlich ein Highlight. Der war richtig gut, ja. Aber auch... Also für mich waren es Andy Garcia und Robert De Niro, die so schauspielerisch mal wieder geglänzt haben. Ich finde auch Billy Drago als Nitti hat mir schon auch gut gefallen, Alter. Weil er hat ja... Als Frank Nitti gab es ja diese Abendessen-Szene zum Beispiel, wo Robert De Niro an diesen Tisch läuft mit der Baseballkeule und so, weißt du schon? Ist Nitti da überhaupt dabei? Ja, ja. Und vor allen Dingen, hast du nicht beobachtet am Tisch, wie er reagiert? Wo alle so zusammenzucken und so den Kopf wegdrehen und so. Und er macht halt sein Ding. Der nimmt halt seinen Tee und so weiter und trinkt von seinem Tee und so weiter und bleibt komplett lässig. So was, was so viel über ihn aussagt, weißt du, was für ein kaltblütiges Arschbarer er ist. Und komplett unempathisch, so weißt du. Der zuckt dann nicht mal mit der Wimper, ey, das fand ich so geil. Ja, siehst du, aber auch da reicht ja diese eindimensionale Figurenzeichnung. Klar, ja. Du willst ja von dem auch nicht wissen, wie viele Probleme er mit seinen Frauen hat. Ja, aber das ist ja nicht glatt, was ich meine. Das ist nicht so, das ist nicht dieses Hochpolite. Ja, aber dann ist halt, von dem gibt's wiederum nur diese Seite, weißt du. Und die, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bilde mir ein, das braucht der Film nicht. Nee, braucht er auch nicht. Weil ich finde, der hat eine optimale Länge. Ja. Und der ist wahnsinnig, sagen wir jetzt mal, generisch im bestmöglichsten Sinne. Mhm. Weißt du, weil dieses Zusammensammeln der Truppe und dann geht's gegen Capone los. Und natürlich ist auf dem Weg dahin eine Menge Schwund. Viel Western-Elemente. Am Ende geht's so aus, wie man sich das erhofft, ja. Ja, eben. Finde ich auch. Also deswegen ist der schon wahnsinnig klassisch in dem, was der macht. Also an einer Stelle sitzen die auf Pferden, Alter, und warten auf die Kolonne. Ja, ja, voll geil. Also mehr Western geht nicht. Ja. Finde ich aber auch eine clevere Ranggängsweise zu sagen, wir wollten, also es war ja auch, hat ja der Kameramann mit inspiriert, ne, weil es drum ging, wir müssen irgendwie aus dieser Stadt raus, um das mal aufzubrechen. Mhm. Dass du quasi mal atmest, weil halt in dieser Stadt eben schon primär eine Stimmung erzählt wird. Finde ich aber auch geil, also dieses, dass die sagen, wir wollen auch erzählen, dass da weniger Leute unterwegs waren. Dass das halt deswegen so ein bisschen ausgestorben wirkt, stellenweise. Mhm. Weil dann auch gerade zu Beginn in dieser Bahnhofszene, das ist natürlich geil mit der Stimmung. Und das machen die bildsprachlich schon auch richtig geil, aber da sind so geile Schotts dabei. Ja, das stimmt. Aber da auch wieder ein, zwei, wo es mit der Schärfe nicht so ist, wie es hätte sein sollen. Und das finde ich halt schon lustig, dass du das erst eben in so einer 4K-Version siehst. Aber es passt ein bisschen zum Regisseur, weil ich meine, streng genommen wollte er ja mal wieder Kohle machen für seine Projekte, die er sonst dreht, weißt du, wo er nicht so die Kohle für kriegt, deswegen braucht er erstmal einen Hit. Ja. Also hat er so einen Blockbuster-Film für Brian De Palma-Verhältnisse inszeniert. Also es war ja schon ein bisschen eine bewusste Entscheidung, den zu drehen. Klar. Aber trotzdem siehst du irgendwie so diesen dreckigen, sleesigen De Palma von Dress to Kill und von Blowout und so in diesen ganzen Filmen. Oder Carrie oder so, weißt du, alles was er vorher gedreht hat. Weil die waren ja schon cinematografisch nicht perfekt und manchmal total kitschig oder der Score falsch eingesetzt. Und ich finde, das blitzt hier auch durch, obwohl es ein Blockbuster ist. Und deswegen verzeihe ich das, weil es ist halt trotzdem ein De Palma-Film. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob du das eben gezielt machst oder ob es halt ein Fehler ist, der dir entgeht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es kann sein, dass es De Palma in den anderen Filmen auch entgeht ist, entgeht wurde, äh, entgangen ist. Entgeht wurde. Weißt du, dass er ihm auch entgangen ist, weil er eben nicht der Perfektionist ist und eben nicht darauf achtet, dass überall die Schatten komplett eingestellt ist. Hier war halt De Niro im Bild, deswegen fällt es auch. Aber Digga, findest du nicht, dass dieses Close-Up von der Szene zwischen Malone und Ness, wo er sagt, hey, die Wände haben hier Ohren, wir müssen woanders hin, dann gehen sie in die Kirche und haben übrigens eine sensationelle Idee von Sean Connery, er sagt, es ist viel intimer, wenn wir diesen Dialog in der Kirche haben. Und dann kommt dieser sensationelle Shot und da ist De Palma ja schon auch bekannt für, das hat hier wieder, äh, zum einen das. Nee, aber dann gibt es diese, diese andere Einstellung, du hast diese Zweier, wo die Hände im Vordergrund sind und dann gibt es eine Zweier profilig, wo Costner im Vordergrund ist und Sean Connery leicht im Hintergrund und beide sind scharf. Und dadurch hat er so eine ganz, so eine ganz weirde Optik und hat auch schon wieder ein bisschen was von so einem Splitscreen. Und das ist ja auch eine spezielle Technik und das ist schon ein bisschen so De Palma typisch, finde ich, jetzt gemessen an dem, was ich bisher gesehen habe. Und das ist ein Shot, der funktioniert nur, wenn er perfekt ist. Und das ist er in dem Moment. Deswegen, also ich bin, garantiere dir, der wollte beim Close-Up of De Niro natürlich seine Augen scharf haben. Das hast du halt damals so nicht gesehen. Das ist ja genauso witzig, wie De Palma im Interview dann sagt, De Niro spielt so subtil, dass sich vieles von dem, was er gemacht hat, erst hinterher beim Screen, also als ich mir das Material angeguckt habe, gesehen habe. So, durch den Sucher keine Chance. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass dem das halt durch die Lappen gegangen ist. Aber das war garantiert nicht der Plan, da die Ohren scharf zu haben, statt der Augen. Aber wir hatten doch bei der Oscar-Verleihung, hatten wir doch die gleiche Diskussion, wo es hieß, dass das nicht Aufgabe des Regisseurs ist, sondern dass der DOP doch die Einstellung macht, was die Kamera angeht. Wie gesagt, verkackt hat in dem Moment der Typ, der die Schärfe zieht. Ja, ja, klar. Nur, dann muss es der DOP absegnen und danach muss es der Regisseur absegnen und alle haben Ja zu dem Bild gesagt. Offensichtlich konnte man es nicht sehen, mit dem, was die so gemacht haben. Klar, damals gab es ja halt noch kein 4K. Aber vielleicht war das die Idee vom DOP und ich von De Palma, mit diesem, in der Kirche dieser Shot, den du gerade angesprochen hast, vielleicht, weißt du, vielleicht ist das auf seinen Mist gewachsen. Woher weißt du, dass es die Inszenierung war in dem Moment von dem Regisseur? Das war ja dein... Ja, weil es für mich, also, weil ich glaube, dass es diese, dass es was in diese Richtung Splitscreen geht, was er ja schon auch gerne macht. Ja, hat er auch schon gemacht. Du meinst, das hat er nochmal zitiert? Indirekt? Könnte ich mir vorstellen. Oder zumindest bilde ich mir ein, dass das irgendwie sehr zu De Palma passt, was wir da sehen. Aber es ist ja auch, das Ding ist ja sowieso, der Shot funktioniert ja auch, weil du quasi zwei Sachen hast, die scharf sind im Bild und der Rest dazwischen ist ja trotzdem unscharf. Ja, klar. Das Ding funktioniert nur, wenn beide fast statisch sind. In dem Moment, wo sich einer anfängt zu bewegen, funktioniert das nicht mehr. Also schon ein sehr spezieller Shot, finde ich. Wir haben ja jetzt auch so seit einem halben Jahr oder seitdem ich die PS5 habe, habe ich mir einige 4Ks angeguckt und es gibt so alte Filme wie Psycho zum Beispiel, die wir gesehen haben, wo ich dachte, Alter, was für ein Bild. Und dann hast du aber so Filme aus den 80s und 70s, die ich auf 4K gesehen habe, wo ich gesagt habe, ich sehe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zu einer Blu-Ray und ich glaube, das ist einer davon. Dadurch, dass er auf Film gedreht hat und sehr körnig ist und so, habe ich jetzt nicht den großen Mehrwert gesehen gegenüber einer Blu-Ray. Das ist immer so ein bisschen filmabhängig. Wenn du die neuen Filme natürlich siehst, die auf 4K gedreht worden sind, dann ist es natürlich King Shit. Aber deswegen fiel mir das wahrscheinlich auch nicht auf mit der Schärfe, sondern es hat sich so ein bisschen verspielt. Ja, ich finde auch, das ist jetzt kein Film, wo man einen großen Unterschied merkt. Kommen wir zu einer sehr berühmten Szene aus diesem Film. Gehörst du denn zu den Leuten, wo die Treppenszene, die aus Panzerkreuzer Potemkin zitiert worden ist, gehörst du zu den Leuten, die durch nackte Kanone hier komplett geprägt worden sind und diesen Moment ruiniert, von Frank Draven komplett ruiniert wurde? Das Ding wurde natürlich unzählige Male zitiert, aber ja, nackte Kanone hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich nicht drumherum komme. Wenn ich diese Szene sehe, muss ich zwangsläufig auch an nackte Kanone denken und auch an vieles anderes. Aber das ist eine Filmgeschichte. Ja, aber eben, es schmälert kein bisschen, wie geil diese Szene ist. Und ich finde es ja cool, nicht nur, dass das halt ein Zitat von einem älteren Film ist, das war ja notgedrungen wieder mal. So, die mussten ausweichen auf diese Location, weil diese Szene hätte ursprünglich im Zug spielen sollen. Ja. Und das hätte aber, das hätte bedeutet, Zug aus der entsprechenden Zeit besorgen und so weiter, halt arschteuer. Logistik-Probleme. Die ganze Szene hätte halt, wäre enorm ins Geld gegangen, also musste eine günstigere Alternative her und so haben die das ins Foyer des Bahnhofs verlegt, wo diese großen Treppen sind. Und die ist super krass an Grand Settler Station auch erinnert. Also es ist im Grunde genommen, also es ist, ja, da hast du ja nicht so steile Treppen, ne, die sind so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so steil, aber das Design mit dem Eingang und der Uhr da drüber, ich meine, das hätte definitiv auch New York Grand Settler Station sein können, also ich war da schon krass dran, Einhardt. Okay. Wirklich ein sehr verwandter Bahnhof, optisch. Naja, also was ich geil finde, was ich nicht wusste, also jetzt rückblickend, nachdem ich es gelesen habe, klar, der Palma hat dann diese Suchsequenz, die es ursprünglich hätte sein sollen, in Kalitos Ray schlussendlich eingebaut. Ja, stimmt. Die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, da ist da eine Zugsequenz drin. Das weiß ich nicht. Nee. Das Ende, Alter? Nee, das weiß ich nicht mehr echt. Okay. Nee, die weiß ich nicht mehr. Komm mal rum, Losdorf. Vielleicht erfahre ich das irgendwann mal. Gibt es auch so einen geilen Monolog von... Benny Blanco von The Bronx. Nee, natürlich nicht von... Er muss von Benny Blanco von The Bronx sein, der geile Dialog. Genau. Na, John Legu, selber. Ja, geil. Okay, also hat ein bisschen Federn gelassen, ja? Bei dir jetzt, bei der Neusichtung. Ja, tatsächlich. So ein bisschen, ja. Hätte ich gedacht. Ist immer noch ein wirklich fetter Film, der, wie du schon gesagt hast, also what's not to like, da ist eigentlich alles drin, was man halt so haben möchte. Mhm. Ja. Also es ist eigentlich das, was Scorsese dann bei Boardwalk Empire nochmal richtig ausgeschmeckt hat und natürlich viel mehr Charakterzeichnungen über eine ganze Serie, aber es gab wenig Filme, die damals so dieses Mafia-Genre, dieses Milieu damals beleuchtet haben. Vielleicht noch Once Upon a Time in America und so und Scorsese-Filme, aber ansonsten waren da nicht viele. Erst recht nicht für den Großen. Ich glaube auch, deswegen habe ich den einfach über die Jahre immer wieder mal geguckt. Und hier halt auch ungewöhnlicherweise mal so aus der Sicht der Gesetzshüter, weißt du? Normalerweise sagst du ja die Mafia im Zentrum oder die Typen, die dann so ein bisschen den Dreck am Stecken haben. Naja, also das Gesetz spielt in solchen Filmen immer eine Rolle. Also ob jetzt, aus welcher Perspektive das erzählt wird, ja. Ja, ich rede natürlich von den Hauptcharakteren. Also bei Once Upon a Time in America erinnert sich keiner an die Polizisten, wenn da der eine oder andere auftaucht. Ja. Oder bei Goodfellas. Ja. Ja. Und der war auch erfolgreich. Also du hast den Budget von 25 Millionen, hat er dann 76 Millionen letztendlich eingespielt rund. Das hat knapp das Dreifache eingespielt. Insofern ging das auf, dass Brian De Palma dann wieder ein bisschen Kohle geregt hat für kleinere Projekte. Und einen Oscar gab es auch noch obendrauf. Also insofern, ja. Hat funktioniert. Ich finde es auch so geil, wie Brian De Palma, Alter, wenn du den siehst im Interview und so, wenn du mitbekommst, was das für ein Typ ist, wie sanftmütig der ist und wie leise der immer redet. So, weißt du? So total freundlich und nett und so. Und dann macht er solche blutigen Filme. Und macht die blutigsten Filme, Alter. Wirklich das krasseste Genre, Kino. Ich finde es halt schon krass, wenn du irgendwie Scarface und Blowout gemacht hast, dass du dich danach noch irgendwie beweisen musst mit einem Film. Also, dass den Leute nicht einfach Geld hinterherwerfen und sagen, mach, was du willst. Ja. Aber dazwischen waren halt so ein paar Flops und ein paar Filme, die nicht so gut bei der Masse ankamen. Und deswegen die großen Studios da natürlich, dann treten man auf die Bremse. Egal, was du vorher gemacht hast. Ja, ja. Also, ich arbeite mich da ja auch noch durch. Ich kenne ja noch nicht alles von ihm. Aber so das, gerade was ich in letzter Zeit von ihm gesehen habe, schon geil. Ja, ja. Absolut guter Regisseur. Aber auch einer, der so ziemlich irrelevant geworden ist im neuen Jahrhundert. Also, so seine großen, großen Werke sind alle noch aus dem letzten Jahrhundert. Also, danach konnte er nie wieder so richtig anschließen. Auch wenn er jetzt 83 Jahre ist, seit er jetzt alt, habe ich nachgeguckt. Wow. Okay. Und er dreht schon immer wieder von Zeit zu Zeit Filme, aber da war nie was bei, wo ich jetzt gesagt habe, in diesem Jahr. Nee, also, das kriegt ja auch manchmal kaum jemand mit, wenn der einen neuen Film gemacht hat. Also, mit so Sachen wie Mission Thomas und so, hat er sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Mhm. Naja. Okay. Ja, cool. Große Begeisterung. Bei uns beiden. Bei dir offensichtlich noch ein bisschen mehr als bei mir. Ja. Der Altersmüllte Guess hat nach Scarface und Carrie hier seinen nächsten 10-Punkte-Film von dem Primer. Ach, war ja. War zu R an. Das ist eine 10. Ansonsten die restlichen Punkte IMDb 7,8, Metascore 79, Letterboxd hier auch bei einer 3,8. Und wo bist du denn gelandet? Bei 8,5. 8,5? Mhm. Okay. Immerhin. Er ist immer noch ein Bombenfilm, also. Mhm. Logisch. Ja, da sind wir uns einig. Das ist definitiv eine Empfehlung. Das ist ein geiles Ding. Mhm. Auch wieder viel zu lange nicht gesehen. Aber der Altersmüllte Guess hat diese ganzen 8, 8,5 Punkte-Filme von damals. Mittlerweile, wenn du siehst, so alter, was für einen Stellenwert die immer noch haben, gebe ich denen dann die 10, die sie verdient haben. Ja. Wenn ich hier so ein, zwei Sachen aussetzen hätte, ist nicht der perfekte Film, aber ist trotzdem ein geiles Ding. Vollkommen legitim bei dem Film, finde ich. Cool. So. Mein nächster Film war auch ziemlich erfolgreich. Mhm. Und es gab ja mal eine Phase, zumindest bei mir, da fand ich Will Smith ziemlich cool. Okay. Bei dir nicht. Und zu Bel-Air? Also hier, Prinz von Bel-Air. Hattest du die Phase nie? Also, ich meine, als Rapper fand ich ihn immer lame. Aber als Schauspieler gab es schon, also so mit dem ersten Bad Boys und so, gab es schon eine Phase, wo ich dachte, okay, cool. Also in der Zeit fand ich auf jeden Fall seine Filme gut. Der hat Ende 90er, Anfang 2000er, auch so hier Startsfall Nummer 1 und so, Bad Boys, dann kam irgendwie auch iRobot und so. Die fand ich alle cool. Ja, aber auch selbst zu der Zeit hatte man ja primär seine Meinung noch über die Filme von den Leuten gebildet und jetzt nicht irgendwie drumherum. Ja, der war halt Independence Day, der war halt schon ein A-Lister, so weißt du, der war halt schon ein richtig krasser Star. Also jeder kannte Will Smith. Ja, aber nicht so, also nicht so, dass ich jetzt persönlich da so abgehen würde, dass ich mich jetzt so super freue, wenn der jetzt irgendwie auftaucht oder so. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch zum Beispiel Prince von Bel-Air nie gesehen, komplett an mir vorbeigegangen, deswegen da war ich auch kein Fan. Wie kannst du kein Fan sein, wenn du nie was gesehen hast? Naja, umgekehrt wäre schlimmer. Ich kann halt nicht Fan sein, wenn ich irgendwas noch nie gesehen habe. Das war ich doch. Naja, eben, deswegen war ich auch kein Fan. Hä? Showtel. Ja, im Zweifel das. Okay, nein, aber ich meine bei Will Smith, ich war jetzt auch nie so, dass ich dachte, oh geil ey, nächster Film mit Will Smith. Muss ich unbedingt sofort sehen. Aber es gab eine Phase, da fand ich das okay, wenn der irgendwo die Hauptrolle gespielt hat oder so. Ich habe mir das dann angeguckt und manchmal auch echt gut gefunden. Hast du dein Poster im Kinderzimmer gehabt? Nö. Das nicht? Nö. Okay. Da bin ich immer gespannt, an welchen Film es sich handelt. Ja, das ist jetzt das Ding. Es war trotzdem nicht alles wirklich gut, was der in der Zeit gemacht hat. So, und jetzt hatte ich aber einen Anlass, diesen Film wieder zu gucken, weil das ist wirklich lange her. Ich glaube, ich habe den, als er rauskam, einmal gesehen und seitdem nie wieder. aus dem Jahr 2005, Hitch. Ach, Hitch hast du gesehen. Okay, geil. Ja. Und mein Anlass war Eva Mendez, weil wir haben uns neulich noch darüber unterhalten und du meintest noch, der eine Film ist schuld, dass sie uns jetzt irgendwie vorenthalten bleibt. Ja. The Place Beyond the Pines. Ja, und früher habe ich die echt gerne geguckt, weil also gerade aus der Zeit, ich meine, hallo. What's not to like, um es mal wieder zu sagen. Fucking Eva Mendez, Alter. Ja, klar. She looks like a hobo. Möchte ich mal an der Schnelle erwähnen. Aber gut. Ja. Jedem das Seine. Mhm. Naja. Oh, nee, jetzt habe ich jedem das Seine gesagt. Das ziehe ich wieder zurück. Entschuldigung, Gerig. Ja, sehr gut. Gut, ich habe noch nicht mal aufgepasst. Hätten wir mal nachher wieder auf. Ne, ich war schon bei meiner ersten Notiz hier, weil Eva Mendez, das haben wir glaube ich schon mal erwähnt, ne, die war ja im Musikvideo von Will Smith zu Miami. Ja, stimmt. Die winkt aus dem Cabrio. Genau. Und das Geile ist, in den Proben zu dem Film hat sie das irgendwie so im Nebensatz erwähnt und Will Smith wusste das halt nicht. Okay. Die einfach, hat sich nicht an die erinnert. Naja. Aber du hast Hitch auch gesehen, nehme ich mal an. Ja, habe ich. Und ist wahrscheinlich auch nicht jetzt so wahnsinnig groß bei dir in Erinnerung geblieben? Aber jetzt auch nicht schlecht. Okay. Also das ist jetzt eine Comedy, die könnte ich mir so zwischendurch mal angucken, wenn die im Fernsehen läuft oder wenn ich die irgendwie kann. Ich habe den auch in der Sammlung. Das ist so einer, da habe ich jetzt keine Hasskappe drauf. Okay. Doug James und so waren schon Leute bei und beteiligt, die ich mag. Insofern, das ging schon klar. Wüsstest du, wer bei sowas Regie geführt hat? In dem Fall nicht. Nee, das sind auch, glaube ich, immer so Filme. Da sind dann Leute, den Namen hast du irgendwann mal irgendwo gehört und dann auch wieder in Vergessenheit verschwunden. Weil Andy Tennant, der diesen hier gemacht hat, von dem stammt auch Sweet Home Alabama, ähnliche Liga-Film wahrscheinlich. Den mag ich tatsächlich auch. Ja, aber siehst du, aber trotzdem jetzt nichts, wo man sagt, hey, musst du unbedingt gesehen haben. Oder welcher Regisseur hat den gemacht? Ja, gut. Oder so eben, also weil es immer so Liga-nett ist irgendwie. Und zuletzt hat er auch Primärserien gemacht, wie so viele aus der Liga. Geschrieben hat das Kevin Bisch und das ist sein einziger Credit. Der hat Hitsch als sein Lebenswerk offenbar veröffentlicht und das war's. Besser wird's nicht. Alles, alles auf eine Karte gesetzt. Okay. Naja. So, und das ist ein 70-Millionen-Dollar-Film, Alter. Der hat 70 Millionen gekostet. Das ist mein ganzes Mal für eine Comedy, oder? So krass, ey, für eine Comedy. Aber du hast es ja schon vorhin angedeutet, Will Smith war einfach zu der Zeit immer noch echt ein A-Lister und hat halt Leute ins Kino gezogen und deswegen. Alter, aus diesen 70 Millionen sind halt fast 372 geworden. Alter. Also. Der gehört auch zu den bestbezahltesten Schauspielern eine ganze Zeit lang. Genau. Und ich glaube, das war auch diese Phase. Ja. Also er konnte da wahrscheinlich machen, was er wollte und hat sich für diesen Film entschieden. Auf Deutsch Hitsch, der Date-Doktor. Damit das deutsche Publikum auch wieder gleich weiß, worum es geht. Weil so einen spielt nämlich Will Smith hier. Der spielt Alex Hitchens, genannt Hitch, und ist Verkupplungsexperte in New York City. Wir sind also schon wieder in New York. Wieso schon wieder? Wir haben noch vorhin über New York gesprochen. Ja gut, aber der Film spielt in Chicago, um mich mal zu korrigieren. Gut. Schön. Danke fürs Klugscheißen. Ich wusste nicht, dass wir da so kategorisch auch unterscheiden und jetzt nichts mehr irgendwie als Referenz erwähnt werden darf von unserem Vorgeplänkel. Aber gut. Ich habe ein bisschen von dir was gelernt hier, was die Zwischenfragen angeht insofern. Ach so, ja. Springe ich doch auch wieder in den Zug auf, wenn da irgendwas unklar ist. Okay, gut. Okay, gut. Also New York City, haben wir jedenfalls beide schon mal gehört. Und da lebt er eben und ist als Date-Doktor, also Besser der Stadt und alle wissen von ihm, beziehungsweise über Mundpropaganda kannst du ihm buchen. Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwo in gelben Seiten steht oder du den online finden kannst, sondern der muss dir halt empfohlen werden. Und dann sehen wir ihn auch so in seinem Daily Business, wie er eben Leute berät und was sie so machen müssen, primär Männer natürlich, wie sie sich bei Dates zu verhalten haben, was so der entscheidende Moment ist, wenn die Frau dann mit dem Schlüssel vor der Tür, nachdem du sie nach Hause gebracht hast, irgendwie noch rumfummelt oder dann weißt du jetzt, wartet sie auf den Kuss und das ist der Moment, wo du abgehen musst. Und so aus heutiger Sicht eigentlich schon auch sehr fragwürdiges Konzept, wobei jetzt nicht nur aus heutiger Sicht, weil das wird in den Filmen auch noch thematisiert. Aber der ist halt im Grunde so ein Pickup-Artist, der Leute coacht. ja und damit verdient er sein Geld und oftmals sehr gut, weil er hat irgendwie eine geile Butze in Manhattan und irgendwann lernt er eine Dame kennen. jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich da am besten hinkomme. ja, über einen seiner neuen Klienten, weil irgendwann wird ein Herr auf ihn aufmerksam, Albert. Und der wird gespielt von Kevin James und ist natürlich so ein bisschen das Highlight in dem Film. Doug Hefferman. Albert Brenneman, wie er hier heißt, ist jetzt allen Klischees entsprechend so der Loser vorm Herrn. Der hat zwar einen einigermaßen guten Job in der Finanzbranche, ist da in der Unternehmensberatung und ist aber natürlich ziemlich mehrgewichtig, ziemlich tollpatschig, hat jetzt nicht den geilsten Geschmack und auch so was seine Wahrnehmung von sich selbst, speziell wenn es ums Tanzen geht, angeht, ist er da halt nicht so wahnsinnig weit oben angesiedelt. Und der will jetzt die Dienste von Hitch in Anspruch nehmen, weil er sich in eine Lady verschossen hat, die halt irgendwie zehn Ligen über ihm spielt. Das ist nämlich eine Klientin, die seine Firma gerade vertritt. Die ist sehr prominent. Allegra heißt die. Und die will er, das ist jetzt so die Frau seines Herzens. Und deswegen braucht er Hitchs Hilfe. Also parallel dazu erfahren wir eben was über die Figur von Eva Mendes, Sarah. Die ist nämlich Klatschreporterin und demzufolge auch an Allegra dran. Und im Zuge dessen lernt sie dann Hitch kennen. Da gibt es natürlich tausend Zufälle, die dazu führen, dass die sich dann irgendwann über den Weg laufen und in der Bar kommen die dann ins Gespräch und so lädt er sie zum Date ein. Sie wird auch äußerst ausführlich darauf hingewiesen, dass sie aber eher so das Modell ist, dass sie keinen Bock auf Beziehungen hat, weil sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat und eben nicht wieder verletzt werden möchte. Pipapo. Das ganze Programm. So und jetzt haben wir halt diesen fragwürdigen Date-Doktor, der sich in die Journalistin verliebt und parallel dazu seinem Klienten Albert dazu verhelfen will, Allegra, Allegras Herz zu gewinnen. Ja, Allegra wird von Amber Valletta gespielt. Du hattest Transporter 2, glaube ich mal hier? Ja. Da war sie, die Lady. Okay. I don't know. 2009 hat sie einen Film namens Gamer gedreht und dann hat sie halt auch witzigerweise viele Musikvideos gemacht. Das ist der mit Jared Butler Gamer? Ja, den hab ich auch gesehen. Da war ich im Kino damals. Ach, okay. Den hab ich noch nicht gesehen. Der ging, klar. Ja, und Will Smith ist hier natürlich Mitproduzent und so ist auch Kevin James an den Job gekommen, weil Will Smith war einfach großer King of Queens Fan. Ach so, okay. Da kamen die Connections her. Ja. Ja, und Eva Mendes ist sowieso nur zum Zug gekommen, weil Jennifer Lopez abgelehnt hat. Ach so, die, okay. Ja, hätte ich natürlich auch gerne gesehen, aber Eva Mendes funktioniert wunderbar in dieser Figur, macht das auch richtig gut. Aber das ist schon krass, weil das jetzt, finde ich, für die Sorte Filmen eigentlich fast fatal ist, dass ich mir lieber den B-Plot angucke als den Hauptplot. Weil das alles, was rund um Albert und Allegra passiert, finde ich viel spannender und auch tatsächlich sehr viel emotionaler als die Kiste mit Hitch und Sarah. Das hat für mich wahnsinnig viel mit der Chemie zwischen den beiden Paaren zu tun. Also die Chemie zwischen Kevin James und Amber Valletta ist so viel besser und greifbarer als die zwischen Will Smith und Eva Mendes. Okay. Also ey, wenn die sich küssen, da hast du das Gefühl, Jada Pinkett steht hinter der Konsole und mit erhobenem Zeigefinger, weil das ist einfach, ey, ohne Scheiß, weil also das ist so zurückhaltend. Und gerade jetzt für die Figur, weißt du, für der Typ, der quasi allen Leuten erklärt, wie man es richtig macht, ist halt ein bisschen unpassend. Also es ist wirklich krass. Ich finde die Chemie zwischen Smith und Mendes hier dünn. Jada so. I gotta kick your ass, freak! Ja. Bei jeder Frau, die da zu nahe kommt. Ja, wie auch immer. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Aber spricht natürlich auch für Kevin James und Amber Valletta, weil die machen ihre Sache hier richtig gut. In kleineren Nebenrollen haben wir noch Michael Rappaport. Paula Patton gibt hier ihr Debüt. Okay. Kevin Sussman, weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ich glaube nicht. Big Bang Theory hast du nicht gesehen, ne? Okay, ansonsten. Ist der mit der Brille? Ne. Der so nerdmäßig aussieht? Die sehen alle nerdmäßig aus bei Big Bang Theory. Das ist ja Konzept der Show. Ich habe immer da so Gesichter vor mir, wenn du sagst Big Bang, also so aus dem Hauptcast, aber ich kann die alle nicht zuordnen. Ja, der ist eher so eine B-Rolle aus dem Hauptcast, aber egal. Jeffrey Donovan könnte man auch noch kennen. Das war es dann aber auch mit bekannten Namen. Jeffrey Donovan, warum sagt mir was? Gut. Ja, und also für eine Rom-Com ganz gut, finde ich. Hat auch die Zeit einigermaßen gut überstanden, finde ich. Das ist wenig, wo man sich da, glaube ich, aufhängen muss, auch aus heutiger Perspektive. Jetzt eben kannst du dieses ganze Pick-up-Arlist-Ding natürlich hart in Frage stellen, aber gerade die Figur von Eva Mendes ist ja auf der Seite derer, die das nicht gut finden und aufdecken will und so. Klar. Deswegen gibt es ja natürlich auch diese Sichtweise. Also es ist ja auch nicht so, als würde er damit nur Erfolg haben und so. Das ist ja schon, wird schon. Aber es ist jetzt auch nicht der Film, der dieses Thema kritisch beleuchtet. Also machen wir uns nichts vor. Sag nur, das glaube ich jetzt, selbst wenn du da Murder Woke unterwegs bist, findest du an dem Film nicht jetzt groß, was auszusetzen. Wahrscheinlich im realen Nebenjob, bei dem es schwierig geworden ist, den im Jahre 2024 noch aufrechtzuerhalten. Drücken wir es mal so aus. Das auf jeden Fall, ja, ja, klar. Ja, damit könnte sich auf jeden Fall keine Butze in Manhattan leisten. Das rechne ich so eine. Jo. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch Punkte nennen. Hast du noch Fragen? Ne, ich hab keine Fragen. Ich kann ja mal gucken, wann ich den gesehen habe und wie der sonst so wegkommt. Mhm. Und also, du konntest in der Zeit die Punkte vorlesen. Gut, 6,6 sind es auf einem DB. Metascore ist bei 58. Das finde ich gar nicht mal so niedrig. Für die Sorte Film. Oder? Ne. Ich glaub, das ist sogar der. Der hat schon seine Fans. Also gerade so diese berühmte Allergieszene natürlich ist ja so die Szene, über die man immer wieder redet. Ja, und ich mein, dann diese Tanzszene. Stimmt. Also als er als Hitch zu Albert sagt, zeig mir mal deine Moves, damit ich weiß, worauf ich mich vorbereiten muss. Kevin James natürlich alle improvisiert, packt dann seine Moves aus und das ist schon ziemlich geil, weil hier, also wir haben schon mal drüber gesprochen, Kevin James und Physical Comedy, den kann er. Ja, kann er schon ganz gut. Das ist halt auch einer, der einen guten Spagat hingelegt hat zwischen Actionrollen und zwischen Comedies. Das hat er halt beides ganz gut bedient. Was würdest du jetzt als Actionrolle von ihm bezeichnen? Naja, definitiv sowas wie Independence Day oder Bad Boys und so. Ach, du sprichst von Will Smith. Achso, du meinst, ich spreche von Will Smith. Ich dachte gerade, da wäre es eine Actionrolle von Kevin James, Paul Blart oder was? Ja gut, Paul Blart war auch eine Actionrolle, die war schon sehr physisch auf jeden Fall. Ja, aber das meine ich auch. Achso, du meinst die Physical Comedy von Kevin James? Ja, natürlich. Ich spreche von Will Smith, weil der hat ja auch eine Physical Comedy auf jeden Fall. Ja, aber Kevin James spielt da für mich wirklich eine eigene Liga. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon einer von denen, wo du nicht siehst, dass er irgendwie 200 Kilo wiegt, wenn er irgendwie seine Salty macht. Ja, ja, und eben auch bei den Tanzmoves und so, ist schon ganz geil. Cool. Ja, alles nicht sonderlich überschwinglich hier. Ja, wenig verwunderlich, oder? Ja. Ich sag bei dir 5,5. Achso, ich dachte, du liest jetzt erst noch die anderen Punkte vor von den... Also Dennis, 3,5 ist noch eher im oberen Bereich. So alle anderen irgendwie 3 Sterne, 2 Sterne. Anni, 4,5, okay, der bricht ein paar raus. Und Erik, ich, reihe mich da auch ein, Marcy, 2 Sterne. Womit reichst du dich ein? Mit 3 Sterne. Mit 3 Sterne, ja, ja. Ja, ich nehme mich auch. Und das entspricht aber bei mir einer 6,5. Entspricht einer 6,5 bei dir, okay. Dann trage ich dich hier mit 6,5 ein. Ja. Na gut. Okay, aber also wären das bei dir auch 6,5 oder wärst du bei 6? Sonst könnten wir hier klingeln, Mensch. Das sind jetzt Feinheiten, dafür ist es ein bisschen zu lange her. Ja, verstehe ich. Aber gut, komm. Nee. Dann klingeln wir eben, weil ich dem Film eine 6,5 gebe. Ich finde, Rom-Com, hallo? Ja, stimmt. Geht doch. Strenge haben. Also mathematisch gesehen hast du hier auf jeden Fall scheiße bei der Punktbewertung, weil wir haben hier zwei Paare in dem Film, okay, das eine fand sie total langweilig, das andere fand sie extrem unterhaltsam, also müsstest du irgendwie um die 5 gelandet sein. Also zwischen total langweilig, das ist so geil. Aber klar, wenn man das so maßlos überinterpretiert, wie du jetzt, dann logisch, dann lande ich auch bei einer schlechteren Wertung. Ich habe gesagt, ich finde, und ich habe gesagt, es könnte fatal sein für diese Sorte Film, wenn man halt lieber dem B-Plot folgt, als jetzt dem A-Plot oder dem Paar, beziehungsweise. Ich habe gesagt, ich finde es halt sehr viel spannender, was sich zwischen denen abspielt. Und ich habe aber auch eingangs gesagt, die Hälfte des anderen Paars ist Eva Mendez. Maßlos überinterpretiert. Ja, klar. After all these years, you're still a jerk. Ja, was soll ich machen? Okay. Haken wir ab. Ja. Und kommen zu dem Kinofilm, bei dem wir gestern ins IMAX gecruised sind. Mhm. Und jetzt reden wir auch mal über Dune, Teil 2. Ja, hat ein bisschen gedauert, hat aber ausschließlich damit zu tun, das haben wir gar nicht verbimmelt oder sonst was, sondern wir haben uns wirklich vom ersten Tag an gleich versucht, um Karten zu kümmern. Aber alter Falter, der ist halt, seit er im IMAX ist, nonstop ausverkauft, wenn du nicht gerade in der ersten oder zweiten Reihe sitzt. Oder allein ins Kino willst, genau. Genau, dann geht das auch noch. Oder eben, man ihn in der synchronisierten Fassung sehen möchte, auch fein. Wir wollten den halt auf Englisch im IMAX sehen und das hat halt wirklich gedauert, bis wir da an anständige Plätze reingekommen sind und jetzt war es soweit. Richtig. Das ist nur eine Vorstellung am Tag und die war eine lange Zeit ausverkauft, deswegen dachte ich, das wird vor wie nichts mehr, aber jetzt haben wir es da noch hingekriegt und haben ihn gesehen. Ja. Den Top-Rated-Movie Nummer 14, Ladies and Gentlemen. Der ist ganz schön nach oben geschossen. Das ist schon wieder so lustig, ey. The Hype is real. Ja, Mann. Gut, dann raten wir erstmal. Okay, ich sag, du bist bei 8. Ich sag, du bist bei einer 7. Oha, jetzt so. Jetzt aber. Okay, bist du überrascht über diesen Tipp oder bist du überrascht über... Ja, ich bin überrascht über den Tipp. Wir werden sehen. Ja, Buch von Frank Herbert, haben einige gelesen, inszeniert von Denis Villeneuve und das Drehbuch zusammen mit John Spates geschrieben. Das ist unter anderem der Autor von Prometheus und Doctor Strange. Musik, Hans Zimmer. Hans Zimmer, ja. Die ist sehr laut auf jeden Fall. Wenig aufdringlich. Alter. Also, dieser Film ist vor allen Dingen mal eins, laut. Ja, das ist er. Meine Fresse. Wer hier einschlägt bei dem Film, dem IMAX, der kriegt von mir größten Respekt. Ich hab's tatsächlich einmal hängenbekommen. Echt? Ja. Bei dem Film? Mhm. Ah, okay, abgefahren. Na gut, es gibt ja auch so ein paar ruhige Passagen. Ja, ja, und ich war gestern ordentlich platt. Mhm. Das hat auch nicht geholfen, aber ja, der Film weckt dich natürlich auf. Also, das kriegt er problemlos hin. Irgendwann dröhnt da wieder irgendwas aus dem Boxen. Ja, ja, weil es gibt ja wirklich sehr wenig ruhige Passagen hier. Also, allein jetzt eben, was diesen ganzen Score-Teppich angeht, den man da die ganze Zeit drunter hat, schon fast immer was, kommt permanent was aus dem Boxen. Ja. Wie ziehen wir das Ganze jetzt auf, verglichen mit dem ersten Teil? Ja, es ist immer was hier geht, ey. Ich find das gar nicht so einfach. Ich hab schon die Unbestechlichen erzählt. Du wärst jetzt dran. Das ist so sinnfrei, Alter, weil ich hab mich da auch gefragt, ob das bei Dune wahrscheinlich auch so krasse Fans gibt, wie es bei Star Wars oder sowas ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Da gibt's doch hundertprozentig, also nochmal. Die würden mich so steinigen, wenn ich versuche, hier die Handlung zu erzählen, Digga, weil ich dem nicht gerecht werden kann, ich ansatzweise. Also, wir wollen aber erstmal hier klarstellen, dass wir beide das Buch nicht gelesen haben, dass wir keine Dune Jünger sind, die irgendwie mit dem Buch aufgewachsen sind und sämtliche Ezyklopädie da gelesen haben, sondern wir betrachten jetzt nur den Film und bewerten nur den Film. Das ist wichtig. Bevor ja welche kommen, wenn du das Buch gelesen hättest, dann wär das und das vorgekommen. Ja, und ich find's ganz ehrlich ein bisschen schade, weil, also dass ich das Buch nicht gelesen hab, weil ich hab jetzt so in den Trivia Facts ein paar Sachen gelesen, wo ich dachte, ach so, so und so kommt es zustande. Alles klar, jetzt erklärt sich mir das so, dass er das und das gesagt hat, so okay. Weil das hat mir der Film nicht erzählt und der Film setzt schon auch krasses Wissen voraus, oder? An einigen Stellen auf jeden Fall, ja. Du kriegst sonst ein paar Zusammenhänge wirklich nicht hin oder musst dann halt vielleicht drauf warten, dass dir das am nächsten Teil verraten wird. Aber ich bin da an manchen Stellen wirklich lost, also auch nach wie vor. So ein bisschen was hat sich erklärt durch die Trivia Facts, aber trotzdem diese Welt, die hier aufgemacht wird und wer mit wem wie verbandelt ist und warum und so. Ja, mir hat's auch geholfen, dass ich den ersten Teil kannte. Den ersten Teil sag ich schon, den alten Dune von David Lynch. Ja, den kenn ich ja nicht. Also das ist ja dann praktisch so diese, also der Film. Die komplette Saga in einem Rutsch, ne? Die komplette Saga in einem Rutsch, ein bisschen gestraft und so, aber trotzdem. Wusste ich dann ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft. Also das war schon vorteilhaft, dass ich den gesehen habe irgendwann mal. Naja. Ja, wir sind keine Dune-Nerds. Nee. Aber, oh Gott, lass uns das zusammen versuchen. Ich glaube, das ist das Vers. Gut. Die Hauptfigur. Das ist jetzt meine Frage, meine Ursprungsfrage wäre gewesen, setzen wir jetzt voraus, dass die Leute, die das hier hören, den ersten Teil schon gesehen haben? Oder schicken wir die jetzt hier mal ins nächste Kapitel raus? Oder machen wir das jetzt so, dass man theoretisch den ersten Teil auch noch nicht kennen müsste? Letzteres, würde ich sagen. Letzteres? Ja. Das ist ja dann noch schwerer. Was jetzt die Handlungserklärung angeht, meinst du? Na, die Handlungserklärung ohne den ersten Teil überhaupt einzubeziehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich denke nur jetzt an die Zuhörer, ob man da vorwarnen sollte oder ob wir sagen, gut, ihr müsst den ersten Teil nicht kennen. Ich halte es für schwieriger. Ja. Ich freue mich gerade wieder, wer sich ohne irgendwas von Dune zu kennen, die Rezension zu einem zweiten Teil von Dune anhört. Fans, der bewegt wird bei Nausen. Nee, nee. Also, ich will jetzt auch niemanden spoilern, aber ich denke mir halt, also, wenn ihr von der Handlung des ersten Teils nichts wisst, dann... Dann spult vor. Ja. Ja. Ja, genau, weil der Teil setzt ja dann direkt nach dem ersten Teil an und der erste Teil endet offen, so viel kann man verraten. Also, wenn ihr jetzt noch gar nichts von Dune gesehen habt, dann würde ich vorschlagen, auch jetzt ohne... Ja, dann würde ich sowieso vorschlagen, wartet, bis das alles draußen ist und guckt es euch dann gesammelt an. Also, es ist zwar schade, um dieses Kinoerlebnis, aber ich meine, ich war ja hart gefrustet, nachdem ich im ersten Teil saß und dann plötzlich hieß es, das ist noch nicht vorbei. Du hast ja, ich erinnere mich noch, dass du beim ersten Teil als Fazit gesagt hast, dass du dich schwer tust mit den Punkten, weil dir das wie so eine Einleitung vorkam. Einführung der Figuren und erstmal, du weißt noch gar nicht, wohin das wirklich hingeht. Ja. Und deswegen hast du gesagt, bist du gespannt auf den zweiten Teil, weil du da halt mehr sagen kannst, worum es dir letztendlich geht oder wie du das findest. Schau mal, ob das was gebracht hat. Ja, aber aus dem ersten Teil wissen wir, und das sehen wir jetzt auch hier im zweiten Teil, die Hauptfigur des Ganzen, Paul Atreides, gespielt von Timothee Chalamet. Um den dreht sich die ganze Schose. So, und demzufolge steigt der Film auch wieder mit ihm ein. Und er ist auf dem Weg zu den Fremen. Das ist das Volk, dem Chani angehört. So ein Wüstenvolke. Ja. Ja, den Dune. Also, das sind vielleicht die Leute, die zumindest mal den Titel des Ursprungs kennen. Das ist ja der Wüstenplanet. Genau. Und da gibt es halt so verschiedene Völker. Und die gehören halt so zu den naturverbundenen Wüstenvölkern, die halt sehr viel, eine besondere Verbindung zur Natur anbrücken, was man so aus. Die Fremen, ja. Die stehen ja eh im Fokus. Und im Grunde gibt es, also es gibt weit mehr Parteien, aber der Fokus des Films richtet sich auf die Fremen und die Gegenbewegung. Und was hier überhaupt diese Unterdrückung darstellt, ist ja sowas wie das Imperium. Das sind die Harkonnen, ja. Das sind eigentlich die Bösen. Die Harkonnen, ja. Das sind ja angeführt vom Baron. Ja, weil im späteren Verlauf kommt dann ja noch eben so ein Imperator dazu. Ja, der ist wiederum aus einer ganz anderen Truppe. Ja, eben. Deswegen, da wird dann doch noch ein neues Fass aufgemacht. Und deswegen ist es halt schon eine recht große Welt. Und ich glaube, egal wie wir das erzählen, wir können dem da nicht so gerecht werden. Ja, aber im Kern ist erstmal wichtig, dass die Fremen eins von anderen Völkern sind, die eben mit diesen Harkonnen zu kämpfen haben. Und da hat es viel mit dieser Spice-Produktion zu tun. Auch was, was man aus dem ersten Teil weiß. Und die Fremen sind dieses Wüstenvolk. Und die ziehen jetzt los. Gegen die Harkonnen. Ja. Angeführt von Paul. Der dann auch noch ein paar andere Namen bekommt. Weil er sich dann eben den Fremen so anschließt, dass die ihn als einen der ihren betrachten. Und ich glaube, das kann man auch ohne einen großen Spoiler erzählen, weil der Trailer verrät schon sehr viel in die Richtung, finde ich. Der wird als eine Art Messias gehandelt. Von sehr vielen der Fremen. Der was er wählte. Ja. Madi. Oder so. Also ja nicht nur auf Seite der Fremen, sondern es gibt ja auch in den anderen. Seine Mutter, klar. Die ist PR-Manager, wenn es um den Titel geht. Richtig. Und sie hängt aber nicht bei den Fremen rum. Das heißt, Mutter und Sohn sind gerade in dem Moment, wo der zweite Teil einsetzt, getrennt. Ja. Ja, und die Mutter ist dann irgendwann auch schwanger. Rebecca Ferguson-Video. Genau, spielt Jessica. Bei den Fremen sind neben Chani, die von Sandaya gespielt wird, auch Stilga, gespielt von Javier Bardem. Und dann taucht halt auch irgendwann wieder Josh Brolin auf. Das ist ja auch ein großer Zufall. Ja. So was, du hier? Ja, ja, wirklich. Ja, wie weit soll man jetzt mit dieser Handlung erzählen? Weil ich finde es tatsächlich tricky. Naja, also viel mehr müssen wir nicht erzählen. Es geht halt um den Machtkampf. Ja. Ja, aber ich finde es halt so witzig, dass wir irgendwie mit zwei Sätzen fertig sind, mit dieser Inhaltsangabe. Und der Film geht zwei Stunden 46. Ja, gut, das sagt auch einiges aus. Ja. Also Paul muss dann natürlich viele Dinge lernen, die die Fremen so ausmachen, um von denen auch entsprechend anerkannt zu werden. Eines der größten Dinge, das auch schon im Trailer verbraten wurde mehrfach, ist das Reiten eines Sandwurms, wo sich mir tatsächlich ein paar Logikfragen aufgetan haben. Offensichtlich die gleichen wie bei mir, weil als du dich zu mir gedreht hast, da habe ich genau dasselbe gedacht. Ja, also wie steigt man von dem Ding wieder ab? Ja, ich dachte nämlich im Moment, okay, jetzt bin ich gespannt, wie er absteigt und wie das passiert, ob er wegspringt oder was auch immer. Und dann war einfach nur ein Cut zu einer neuen Szenen. Und was ich auch nicht verstehe, warum stellen die sich mit dem Gesicht Richtung ankommender Wurm? Wenn die doch auf dem Reiten wollen, in Fahrtrichtung. Okay, das habe ich mir so erklärt, weil dir dann der ganze Sand in die Fresse haut. Oder der Wind. Weißt du, weil wenn du gerade auf dem Wurm reiten würdest, dann würde jetzt erst mal der Sand... Nee, sicher, wenn sie dann auf dem reitenden, auf dem fahrenden, kriechenden, sehr schnell kriechenden Wurm stehen, dann sind sie ja in Fahrtrichtung mit dem Gesicht. Ja, ja, genau. Aber in dem Moment, wo du rausspringst... Aber in dem Moment, wo sie sich raufspringen, stellen sie sich mit dem Gesicht entgegen des Wurms. Ja, entgegen des Kopfes meinst du. Ja. Ja, weil du doch durch deinen Rücken und durch deinen Körperumfang wehrst du doch den ganzen Fahrtwind ab und den Sand, der dir in die Fresse hauen würde. Und dann kannst du dich auf den Wurm ganz normal umdrehen und dann den reiten. Das macht für mich Sinn gemacht zu sich. Ja, aber spätestens, wenn du dich umdrehst, hast du doch dann den Sand in der Fresse. Ja, aber dann kannst du dich darauf einstellen und du wirst nicht gleich runtergehauen, sondern du drehst dich dann oder präparierst dein Gesicht in der Maske oder was. Ja, aber so ist es für mich halt ein bisschen, als würde ein Surfer in dem Moment, wo er die Welle reiten will, mit dem Kopf zur Welle, mit dem Gesicht zur Welle stehen. Ich weiß, was du meinst, aber ein Surfer springt ja nicht auf ein voll rasendes Surfbrett, weißt du, sondern das musst du ja mit einbeziehen. Er springt ja auf diesen super schnellen Wurm und ich glaube, wenn er umgekehrt rausspringen würde, so wie er ihn reitet, würde es ihn erstmal weghauen. Also rein physikalisch müsste ich ihn dann ja erstmal fett auf die Fresse hauen, wenn er in die Richtung, also wenn er entgegensetzt der Fahrtrichtung auf den Wurm springt. Das ist schwerer physikalisch. Cleverer wäre ja, wenn er so ansatzweise versucht, auch ein bisschen Speed in die gleiche Richtung aufzunehmen, um weniger Unterschied zu haben. Aber da haben sich mir ein paar Fragen gestellt. Falls ihr Erfahrung habt mit dem Reiten eines Sandwurms. Ja, gebt uns Bescheid. Sehr gerne. Schreibt es in die Kommentare. Die nächste Frage ist nämlich, diese Viecher sind ganz offensichtlich unterirdisch unterwegs. Jetzt sind die aber auch irgendwie so Shuttle-Service für diese Völker da, weil das wohl gang und gäbe ist, dass diese Sandvölker, die reiten, um von A nach B zu kommen. Das hat man übrigens auch nicht gezeigt. Da habe ich mich auch gefragt, weil teilweise ist ja da irgendwie so eine Großfamilie auf so einem Wurm unterwegs, wo ich denke, okay, wie kommen die jetzt gleichzeitig rauf? Also so eine Person ist... Und vor allem, wie kommen die wieder runter? Aber weil die Dinger halten ja nicht an, sondern die muss man halt in der Fahrt, also man muss die rufen über ein Signal, was im Boden geballert wird und dann kommen die an und dann springt man rauf und reitet mit so Haken, indem man sich in die reinbohrt und dann festhält. Und da frage ich mich gleich auch so, in dem Moment, wo man die Haken in die Würmer reinballert, verhindert man damit, dass sie dann wieder untertauchen, weil es wird so oft gezeigt, dass die Viecher unterirdisch unterwegs sind, aber in dem Moment, wo jemand auf ihnen reitet, gehen die nicht mehr unter die Erde oder was? Sind die nicht teilweise auch mit Menschen auf dem Rücken unter die Erde kurz gegangen und dann wieder aufgetaucht? Nicht, dass ich das gesehen hätte. War das der Moment, wo du geschlafen hast? Vielleicht das. Nee, also tendenziell waren diese Sandwurmreitnummer ja recht laut. Also ich glaube nicht, dass ich ja gepennt habe. Aber es gab doch keine Einstellung. Also am Anfang, als er das erste Mal drauf springt, ja, ballert ihm eine Menge Sand in die Fresse. Aber selbst da, in dem Moment, wo er draufsteht und diese Zügel in der Hand hält, geht es nicht mehr runter. Vielleicht hat er den Wunsch damit. Nämlich hält man damit, also ist das jetzt so, Pendant, wenn ich mich auf einen Walfisch setze und den Zügel umschneide, dann ist er immer an der Wasseroberfläche oder was? Ja, vielleicht triffst du damit irgendwie einen Nerv durch die Haken. Ja, jedenfalls alles Dinge, die nicht erklärt werden und das trotz dieser Lauflänge. Ja, also haben sich dann eben hin und wieder ein paar Fragen gestellt. Und jetzt kommt das Ganze, aber trotzdem finde ich halt audiovisuell wieder mal wahnsinnig mächtig daher. Das ist schon ähnlich wie bei Christopher Nolan, wenn du halt, wenn da Danny Villeneuve draufsteht, dann weißt du, dass du eben gewisse Bilder bekommst und einen gewissen Sound dazu. Das ist auch immer noch ein Faktor, der für mich wahnsinnig gut funktioniert. Das ist schon krass, was das für ein audiovisuelles Erlebnis ist. Aber die Story mir geht's da halt ähnlich wie beim ersten. Das ist schon immer noch viel Erklärung und so und ich hab immer noch das Gefühl, auch wenn es hier mehr Action-Momente gibt, wenn du so willst, hab ich immer noch das Gefühl, dass das irgendwie noch nicht richtig losgegangen ist. Wie geht's dir da? Ich bin noch nicht so weit von entfernt. Also natürlich sehe ich das audiovisuell als absolut bombastisch einen Film, aber trotz dieses Bombastes und auch wenn Hans Zimmer hier voll aufdreht und Villeneuve mit den Bildern und alles mögliche, finde ich das Ganze irgendwie seelenlos, ehrlich gesagt. Also ich finde, da ist, da sind sehr viele Schauwerte mit drin, aber nicht so, dass ich mitfühlen würde. Ich finde auch mittlerweile, das zu keinem Zeitpunkt. Und das ist doch schade bei so einem Film, dass du mit dem Helden Ja, aber das geht bei mir aber beim Helden schon los. Ich finde Chalamet komplett fehlbesetzt. Ey, Digga, also dem einen Anführer abzukaufen, den er halt archetypisch null mitbringt, was offensichtlich Teil der Handlung ist, dass er das eben nicht mitbringt, aber ich kaufe ihn zu keinem Zeitpunkt ab, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich muss dir stellen, weil sie ja lachen, weil wenn er versucht, möglichst viel Macht zu demonstrieren, stampft er auf den Boden, schreit er rum und stampft auf den Boden wie ein fucking Fünfjähriger. Ja, das finde ich auch oft. Alter, wen willst du denn verarschen, ey? Also im ersten Teil fiel es ja noch nicht so auf, weil da war ja so dieser Trainee, weißt du, der irgendwie diese ganzen Skills gelernt hat und der von seinem Kampfmeister da irgendwie dem einiges beigebracht worden ist, aber jetzt ist er ja im Nahkampf. Mit Messern primär so und klingen, was ich übrigens geil finde, dass sie nicht alle Schusswaffen tragen und so, aber du nimmst es ihm nicht ab, Alter. Der Typ ist ein Hempfling. Du nimmst es nicht ab, dass der irgendwelche Typen, die halt irgendwie drei Meter größer sind, als er irgendwie umnietet. Ich hätte hier halt gerne irgendwie so ein Lob, Washer Green gehabt oder so. Zumal ein paar der Bewegungen von ihm auch wirklich nicht gut sind einfach. Also man merkt halt, dass der jetzt nicht privat Kampfsport macht oder so. Das wirkt alles sehr behäbig, finde ich. Auch wenn so dieses Schnelle, was ihn wohl ausmachen soll, das bringen sie schon ganz gut rüber, aber also spätestens in einer Auseinandersetzung mit Austin Butlers Figur kackt das halt so ab, weil er kommt halt wahnsinnig mächtig daher. Also seine Figur ist schon krass. Der hat sich ja auch nochmal ordentlich aufgepumpt, sieht man schon auch. Alter, der war mein Highlight. Ordentliches Kalb in dem Film. Aber hier fragt man sich auch so. Ich meine, er ist ja der Sohn von Stellan Straßgart, von Baron Harkonnen. Er ist nicht im ersten Teil aufgetaucht. Ja, wo war der? Er war im Knast und wurde jetzt irgendwie rausgeholt, um jetzt irgendwie die neue Macht zu demonstrieren, so aus dem Nichts. Ich denke so, Alter, man muss den noch irgendwie antiesen, oder? Ja, aber das, also deswegen, das Seelenlos trifft es schon ziemlich gut, finde ich, weil mir ging das ähnlich. Ich finde, hier ist ganz vieles nur Mittel zum Zweck, aber der Zweck ist noch nicht mal den bestmöglichen Film daraus zu machen, sondern der Zweck ist eben PR und alles, was da sonst noch so mit dran hängt. Weil allein das Line-Up hier, Alter, also das ist ja ein Schaulaufen, das kann ja mit Wes Anderson und Co. mithalten. Das ist ja schon auch ganz gezielt so, dass du halt wahnsinnig viele prominente Menschen in einem Film hast. Ja, aber im Gegensatz zu Wes Anderson fällt es hier auf, weil Wes Anderson holt ja auch gerne mal irgendwelche Schauspieler, die du seit 10 Jahren nicht gesehen hast, auf die Leinwand. Hier hast du halt bewusst wirklich die angesagteste... Nein, ja nicht nur, so ein Christopher Walken kam für mich jetzt auch ein bisschen, oder Charlotte Rampling, und so sind... Aber gerade was die jungen Riga angeht, also das sind schon... Ja, ja klar, das ist halt einfach... Jeder, der gerade irgendwie heiß ist, wird da reingepackt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen war es ja auch wenig verwunderlich, dass das eine der wenigen Filme war, die verschoben wurden aufgrund des Streiks, obwohl sie schon fertig waren und zwar einzig und allein aus dem Grund, nein, wahrscheinlich nicht einzig und allein aus dem Grund, aber einer der großen Gründe war, weil der Cast so groß und namhaft ist, haben die groß drauf gesetzt, dass die Werbung, die die machen, via Social Media und Co., halt sehr zum Einspiel beiträgt. Hat auch funktioniert. Die Rechnung ging ja auf, aber deswegen haben die halt gesagt, während des Streiks können wir das nicht bringen, weil da dürfen die alle diesen Film nicht bewerben. Hatte ich ja vermutet damals. Ja, ja. Und das war mal sowas von richtig, weil die Rechnung ging auf und das war ja eh schon auch so ein Ding, der erste war ja nicht so erfolgreich wie erhofft, obwohl dann der zweite relativ schnell in Auftrag gegeben wurde. Da spielt der Name Danny Willnerd wahrscheinlich eine große Rolle, aber ich finde genauso, wie hier manche Schauspieler halt so wirken, als wären sie nur dabei, weil sie eben gerade eine große Prominenz mitbringen und da zähle ich Austin Butler mit rein. Auch wenn er gut funktioniert hat in der Figur, aber der ist da sowas von mit drin. Ging mir das mit der Musik stellenweise auch so, dass ich das Gefühl hatte, die ist gerade nur so laut, damit die so laut ist. Das ist nicht, weil es gerade im Mörder episch ist oder sonst was, sondern es ist halt, der will einfach auch laut sein. Dieses Laute habe ich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wäre so wieder dieses, wie so ein Zauberer, der versucht dich so mit ganz schnellen Handbewegungen, weißt du, so hier deine Aufmerksamkeit auf ihn zu ziehen. Effekt-Hascherei. So totale Effekt-Hascherei und die Musik war laut, die Blicke waren halt sehr bedeutungsschwanger, damit man hier so eine, damit man so einen epischen Moment irgendwie fühlt. Aber das wirkt halt wie so ein gestellter epischer Moment in diesem Moment. Voll forciertes Epos. Ich habe das nicht gefühlt und Zendaya, wir hatten gerade irgendwie, was Chemie angeht, irgendwie bei Hitch und Alter, Zendaya und Paul Atreides, hier, Timothee Chalamet, als sie sich verliebt haben, wie schnell das geht, ich fühle, zwischen den beiden fühle ich zum Beispiel gar nichts, Alter. Ich sehe da null Chemie zwischen diesen beiden. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig vom Storytelling. Also erst so dieser übliche Schwur, den irgendwie Hollywood gerne mal raushaut, so ich lieb dich bis solange ich lebe, wie hat er es formuliert? As long as I breathe. As long as I breathe, richtig. Werde sie lieben und drei Szenen später heißt, ah übrigens, tschö, so die andere muss herhalten. Ich baue eine Königin. Ja. Und das Ganze wird noch mit einem Blick über die Schulter kommentiert, aber das ist dann auch so, okay. Also ja, der Film will halt irgendwie bei allem so larger than life sein und ich finde, es gibt schon auf jeden Fall viel Gutes an dem Film. Eben so das ganze Audiovisuelle. Ja, ja. Ist krass, auch so diese Maschinen, die dann da ankommen, um da... Ja, sind wahnsinnig geil. Was sind diese Erntemaschinen oder was das ist? Ja, ja, genau. Wie sie die dann auseinandernehmen, das ist schon richtig fett gemacht. Das ist Planreder und so, ja, das sieht mega aus. All das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Also einfach wirklich auch auf welcher, auf welchem Level das Filme machen ist und das hat ja auch Skarsgut irgendwo in einem Interview gesagt, finde ich ganz geil, dass er sagt, dass im Endeffekt hast du hier so einen Autorenfilmer, der einen 150 Millionen Dollar Film machen darf. Und jetzt war der hier sogar 190 Millionen teuer. Also die sieht man ihm an. Ja, ja. Das definitiv. Ja, das sieht schon alles wahnsinnig fett aus und Maske, Kostüm, Ausstattung, das ist alles wirklich larger than life. Total. Das ist auf jeden Fall krass. Aber im Gegensatz zum Star Wars Universum fühlst du irgendwie mit den Figuren nicht mehr. Das ist ja sogar egal, ob die Hauptfigur jetzt jeden Moment abkratzen. Ja, ja, klar. Das würde dich einfach nicht jucken. Nö, jetzt im Falle der Hauptfigur würde es mich sogar eher freuen. Okay, das würde dich freuen. Und das finde ich schon krass. Also ich glaube, ich habe mich selten so schnell an der Fresse satt gesehen wie bei Timothy Chalamet. Ja, ja, der passt. Der ist irgendwie, keine Ahnung. Ich fand ja auch, ich war ja, beim ersten Teil war ich ja noch recht versöhnlich, weil ich fand es ja gut, dass sie diese Welt so behutsam angegangen sind und dass sie so ein paar Schauwerte hatten im ersten Teil, aber letztendlich noch nicht allzu viel revealed haben. Und das heißt, okay, im zweiten Teil kriegen wir mehr. Der Sprung jetzt aber zum zweiten Teil war viel zu groß, weil dieses Behutsame war hier komplett über Bord geworfen worden. Finde ich. Na, guck mal am Anfang, als es darum ging, wie laufe ich im Sand und so seinen Werdegang bei den Fremen, da haben sie sich schon viel Zeit gelassen. Ich meine, Alter, zwei Stunden 46 ist jetzt wirklich so, als wäre da nur Action drin. Nee, das nicht. Aber ich meine, du hast ja aus dem ersten Teil hast du die Figuren, die auftauchen. Du hast Zendaya, du hast Javier Bardem, du hast Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Charlotte Rampling ist dabei, Dave Bautista und Stellan Skarsky. Aber da war das doch auch schon so, wie die Charaktere eingeführt worden, hatte ich das Gefühl, eine Menge Wissen über die. Also das war, das hatten wir beim ersten garantiert auch, dass da irgendwelche Verbindungen erzählt wurden, die so weit im Off sind, dass ich keine Chance habe, die auf dem Screen zu sehen. Aber so Leute wie Josh Brolin, da weißt du ja, was für eine Bindung er hat zu Paul Atreides. Das hast du ja am ersten Teil mitbekommen. Ja, weiß ich aus heutiger Sicht auch nicht mehr, aber er sagt es ja dann. Okay. Zum Glück hat es noch mal gesagt. Ja. Worauf ich hinausfülle, ist die, die neu dabei sind, Austin Butler als der Badass, Florence Pugh, Christopher Walken als ihr Vater und Lea Seydoux, das ist für mich das Traumbeispiel. Lea Seydoux taucht auf und hallo, ich bin Lady Margot Fanring. Ich habe noch nie was von ihr gehört, von dem Volk habe ich noch nie gehört. Ja. Und die taucht auf, stellt sich vor und ist dann halt so eine Verbündete von von Floyd Rauter, von Austin Butler und so. Da werden einfach so diese Rollen und diese neuen Charaktere und die großen bekannten Gesichter halt, die die spielen, werden halt so reingeworfen und du wirst als Zuschauer und denkst so, okay, wer ist das jetzt? Warum kommen die jetzt auf einmal um die Ecke? Ja, ging mir beim Ersten genauso. Nee, beim Ersten war das irgendwie, das war irgendwie sensibler, also nicht sensibler, das ist das falsche Wort, aber da wurde das so ruhiger eingeführt, fand ich so. Das war irgendwie alles so, deswegen so dein, dein... Nee, also ging mir, gerade mit Dave Potistas Rolle, das war für mich beim Ersten auf jeden Fall genauso. Der war plötzlich da und dann hat er keine Rolle mehr gespielt. Aber du hast auch beim Endfazit, hast du doch sowas gesagt, wie von wegen, dass du mehr erfahren musst von diesem Universum. Ja, weil es sich halt wie eine riesen Einleitung anfühlt. Das meine ich ja. Und das ist jetzt keine Einleitung mehr, sondern das hört sich schon wieder, das fühlt sich an wie ein Finale, finde ich. Nee, es fühlt sich für mich an wie Einleitung Teil 2. Echt, ja? Dafür war hier viel zu viel Bombast drin, finde ich. Naja, eben, also du hast auf jeden Fall mehr Action als im Ersten, aber das macht es für mich nicht weniger zur Einleitung. Das ist ganz strange, oder? Den fand ich ziemlich geil. Also diese Arena-Szene, wo es dann auch schwarz-weiß auf einmal überblendet. Ja, ist geil gemacht, weil die halt eine schwarze Sonne haben, sehen wir da alles in schwarz-weiß. Das ist ganz cool. Genau. Und er ist halt so ein Wichser, so, weißt du? Also er will halt die Typen, gegen die er antritt, weil er halt mit Drogen vollgepumpt sehen, dass er auch sicher gehen kann, dass er die abmetzeln kann, weißt du? Und allein schon das zeigt schon, was für ein Arschloch er ist. Er regt sich dann übelst auf, dass der eine halt nicht vollgepumpt war mit Drogen. Naja, und er gibt ihm ja dann auch ganz gut Contra. Ja. Fand er nicht so geil. Ja, also ich find's als Kinoerlebnis trotzdem echt krass. Ja. Weil's halt, ja, wirklich was hermacht, auf diesem audiovisuellen Level, aber was die Story angeht, ging mir das ähnlich wie mit dem ersten, nur dass ich hier eben noch so ein bisschen mehr Action bekommen hab. Mhm. Ja, ich bin bei dir so. Richtig hat mich die Welt nicht reingezogen. Also es ist audiovisuell auf jeden Fall ein Ritt und es ist ein ist ein krasser Film im IMAX, definitiv. Aber Story-wise und Charakterzeichnung war ich jetzt hier nicht so abgeholt, wie man so schön sagt. Naja, also es ist halt wirklich ein Genickbruch, Timothee Chalamet als so ein Anführer hilft nicht, ja. zu besetzen. weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also gut, so offensichtlich, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich mein, bei dem Line-up, ich find's so krass, dass dann hier noch Leute dabei waren, die Rollen gespiegelt haben, die auch nicht ohne Namen daherkommen, die aber komplett rausgeschnitten wurden. Also wir hatten hier Steven McKinley Henderson. Der war ja schon im ersten Teil dabei, richtig. Und dann Tim Blake Nelson. Also ich mein, wenn du dir das leisten kannst, Tim Blake Nelson komplett aus deinem Film zu schneiden. Das ist schon auch eine Ansage, ja. Er eben sagt einiges. Mhm. Find ich auch ganz interessant, dass er dann in dem Kontext hat halt Denis Villeneuve gesagt, dass er niemals auf seinen Blu-rays geschnittene Szenen veröffentlichen wird. Was zum Beispiel bei den Specials immer so ein sehr beliebtes Special ist, weil er sagt, man muss sich von den Sachen trennen und wenn die Müll sind, sind die Müll. Und der will das halt nicht für die Nachwelt erhalten bleiben, sondern diese Szenen sind halt nicht für den Film gedacht. Und deswegen wird auf seinem Blu-rays bei den Specials keine geschnittene Szenen bei sein. Mhm. Ich find das Bild, was er da verwendet hat, ganz schön. Was er sagt, den Moment, also weil es darum geht, den Film zum Leben zu erwecken im Schnitt und dann kill your darlings und dann sind die tot. Und wenn du die geschnitten hast, sind die Szenen und die Figuren darin tot. Das Papierkorb. Und er sagt, er will halt da nicht hingehen, Frankenstein-mäßig etwas wiederbeleben, was tot war, was dann der Fall wäre für so eine Delirizins-Aktion. Kann ich irgendwo auch verstehen, aber ja klar, Fans wollen da natürlich immer mehr, ne? Klar. Ich find's halt schon interessant. Ich hab auch teilweise alternative Enden gesehen, die ich viel besser gefunden hätte in dem Film und so. Aber klar, wenn ich die nicht kennen würde, dann würde mir nichts fehlen. Das stimmt schon. Ja, aber ich weiß gar nicht, was die hier groß hätten anders erzählen müssen, weil für mich ist es, glaube ich, wirklich die ganze Rangehensweise an das Thema, was es für mich unmöglich macht, da irgendwie emotional anzuknüpfen. Also ich hab das schon beim alten Jungen erwähnt, ich war schon von dem kein Fan. Das für mich ist das ein ziemlicher Trash-Film auf jeden Fall in meinen Augen. Den fand ich schon nicht geil. Insofern kann ich hiermit mehr anfangen, so mit der neuen Version, mit dem hochbudgetierten, mit der hochbudgetierten Neuauflage, aber es ist nicht mein Lieblings-Franchise. Wird's auch nicht werden, glaube ich. Nö, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber ich kann ja den alten noch nicht mal gucken, vielleicht gucke ich mir ihn irgendwann an. Mach das mal. Ja, auch wieder diese 2 Stunden 46, Alter, warum? Schon wieder dieses aufgeblasene. Ja. Und eben, also so fühlt es sich dann auch leider an. Da sind einige Filme von Will Neuf, die ich dann lieber hab aus seiner Filmografie. Also gerade so mit dem Blade Runner Sequel hat er ja einen Film hingelegt, Alter, wo ich denke, der ist ja ähnlich episch und ähnlich lang. Aber den fand ich mega. Du ja auch. Naja. Trotzdem gibt's hier halt in jeder Szene wirklich was zu sehen, weil's einfach echt geile Bilder sind. Klar. Macht schon richtig was her. Ja, deswegen war ich so ein bisschen hinterhergerissen mit meiner Punktevergabe und weiß nicht so richtig, wie ich das bewerten soll. Weil klar, ich hab nichts gefühlt, ich war innerlich tot und gebrochen. Und, ähm... Ja, aber trotzdem guckt man das irgendwie gerne. Aber trotzdem fand ich irgendwie wie geil das aussieht. Ja, ja. Das ist so wie so ein Topmodel, so, weißt du. Du denkst dir, Alter, die ist super schön, aber irgendwie... Nix drin. So, so. Nee, nix drin. Irgendwie wünschst du dir ein bisschen mehr Charakter. Mhm. Mutter mal wenigstens. Grüße an Cindy. Wer sind... Nee, willst du wahrscheinlich nicht erzählen, wer Cindy ist. Crawford. Ach so. Reicht schon. Ja. Was ist denn da passiert, ey? Sonst kannst du doch nicht glatt genug sein. Das stimmt doch gar nicht. Ich mag zum Beispiel Narben, mag ich total bei Frauen. Ah, ja? Ja, ja, wenn die so einen Schönheitsmakel haben und irgendwie eine Narbe im Gesicht oder Zahnlöken... Einmal so quer übers Gesicht. Nee, natürlich... Scarface, Alter. So Scarface übers ganze Gesicht. So doch nicht, Mann. Aber kleine Schönheitsmakel finde ich schon sexy. Mag ich. So, so. Brich die Perfektion von Frauen auf. Sonst seid ihr zu perfekt. Mhm. Perfect Imperfection. Gab es da nicht mal einen Song, der so heißt? Hört sich nach so einem John Legend Song an. Ja, der hat auch schon mal gute Musik gemacht. So ist es nicht. Perfect Imperfection. Weiß ich nicht. Sag mir nichts. Okay. Das hast du dann wahrscheinlich auf dem iPad. Auf dem iPad? Was? Nee, nicht auf dem iPad. Wie heißt das? Auf dem IP3-Player. Ja. Beim Joggen. Mhm. Gut. Ah, Perfect Imperfection. Das singt John Legend sogar. Ach echt? Ja, das ist aber nicht der Titel von dem Song. Okay. Ja, siehst du aber, dann ist da mal was hängen geblieben. Ja. War sogar beim richtigen Sänger. Krass. Ja, geil. Ja, der steht momentan bei 510 Millionen, um mal zurück zu Dune zu kommen, oder? Ja. Ja, 512 und halb habe ich. 512 und halb. Da wird auch wahrscheinlich noch das eine oder andere Millionen dazukommen. Eben. Also weil, mir müsst ihr euch immer noch beeilen tatsächlich, um im iMacs anständige Plätze zu kriegen. Ja. Der wird in ein paar Wochen laufen, definitiv. Ja. Ging auf die Rechnung. Ist ja auch aktuell auf Platz 14. Aber ich meine, da sind wir uns offenbar einig. Das ist jetzt schon wieder maßlos überhypt. Überhypt das Ding. Also was ist los mit den Leuten? Ich gucke gar nicht nach, was jetzt aus dieser Top 14 rausgerutscht ist. Irgendwie nach hinten wegen Dune partout. Das ist schon, das will ich schon gar nicht mehr. Naja, stimmt. Warte mal, das wird jetzt, also mit der Punktezahl aktuell wird es einen Moment dauern, bis der unten rausgerutscht ist. Weil bei 8,8 steht der aktuell. Mhm. Metascore 79. Letterboxd 4,5. 4,5. Digga. The hype is real. So hart. Naja, finde ich ja recht sympathisch, dass du das anscheinend ähnlich siehst, wie ich. Sympathisch, wenn er das. Ja. Zum ersten Mal bin ich ihm sympathisch nach 360 Folgen. So ein Quatsch. Auch da wieder maßlos überinterpretiert. Das ist ein Rotz. So, ich bin dann aber trotzdem, also ich war eben auch so hin und her gerissen, dachte erst so, naja, inhaltlich ist es halt schon ziemlich dünn alles, aber das Kinoerlebnis möchte ich bewerten und das war halt trotzdem geil, wie du schon gesagt hast. Man guckt sich das total gerne an, aber irgendwie fühlt man nichts dabei. Aber du hast doch auch schon Kinofilme hier gehabt, wo du gesagt hast, fandst du richtig geil und dann irgendwie zehn Minuten nach dem Kinobesuch war das alles verpufft. Ja. Weil du gesagt hast, irgendwie fiel dir dann auf, dass der Film nicht das nicht aufgerechnet. Dann hatte ich doch währenddessen aber trotzdem eine gute Zeit und das ist ja das, was ich bewerte. Ach, jetzt auf einmal bewertest du jetzt nur die Zeit. Nee, warum denn? Ich bewerte den Spaß, den ich an einem Film hatte. Das machen wir doch schon immer so. Ja, aber du hast da schon Filme ein bisschen abgewertet, weil du gesagt hast, die haben nicht mehr nachgewirkt nach dem Kino, sondern was war denn das? Das war doch neulich irgendwas, wo du gesagt hast, du hattest im Kino Spaß und danach irgendwie nicht mehr. Bei Oppenheim hast du das, glaube ich, auch gesagt, oder? Nee, Sekunde. Also nicht Spaß, sondern? Bei Oppenheimer war es ja genau das. Der hat noch eine Weile in meinem Kopf gerödelt und dann bin ich aber zum Schluss gekommen, dass vieles, was er versucht, für mich nicht aufgeht. Und trotzdem hatte ich währenddessen eine sehr gute Zeit. Und dann war ich ja bei Oppenheimer war ich ja trotzdem bei achtenhalb oder so, weil das im Kino richtig fett war. Und hier ist das ähnlich. Ich fand das währenddessen auf jeden Fall hammerfett, das mit der Handlung und dem fehlenden emotionalen Anschluss. Das habe ich natürlich trotzdem währenddessen gemerkt, aber es ist halt trotzdem ein krasses Kinoerlebnis. Ja, ja. Ist es. Also ich weiß, was du meinst. Ich finde, zwar Zendaya guckt hier ein bisschen zu viel böse in die Kamera, aber... Hey, und ich habe vergessen, ist mir ziemlich schnell zu Beginn aufgefallen, wie das war mit den blauen Augen und wann die blau sind und wann nicht. Kannst du das nochmal erklären? Wären die nicht blau an der Wüstenoberfläche? Und in dem Moment, wenn die irgendwie, keine Ahnung, wenn die außerhalb dieser Luft sind und so weiter, also wo die auch nicht mehr die Atemgeräte haben, dann wären die nicht mehr blau? Hat das nicht damit was zu tun? Nee, weil die ja zum Beispiel, es gab dann auch die Szenen, wo die draußen sind, aber unter so Decken, die die gespannt haben oder so planen und dann haben die keine blauen Augen. Aber da haben die die Atemgeräte noch gebrochen? Und trotzdem das Atemding noch dran, ja. Nee, sicher bin ich mir nicht. Okay. Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört, drüber nachzudenken. So, jetzt waren wir bei deinen Punkten. Ach so. Ja. Und bei mir sind es dann am Ende siebenhalb geworden. Siebenhalb? Ja. Dann drücke ich mal den hier. Ach, wie geil. Darauf habe ich mich dann auch geernicht, auch die siebenhalb. Okay. Lustig. Und ja, nachdem wir hin und her überlegen und denke so, 7,5, du kannst den irgendwie nicht weniger geben, weil das ist schon ein krasses Kinoerlebnis, wie du meinst. Also es ballert halt im IMAX, aber ich sehe hier halt die Macken und du ja auch. Richtig. Also wir werden uns auch den Dritten jetzt im IMAX angucken und wir gehen da definitiv ins Kino. Aber wir gehören nicht zu den Fanboys, die sagen, das ist jetzt die Abfüllung aller Kinoträume. Aber die muss es ja geben, aber hast du da welche im direkten Umfeld? Das denn? Na, von denen, die sagen, das ist jetzt hier die Neuerfindung des Kinos oder wie auch immer. Ja, Markus ist zum Beispiel einer davon, der gibt hier 5 Sterne, der war schon mehrfach im Kino und hat dir auch was zugeschrieben. Gestern schon übertrieben fett, heute noch viel fetter, der ist am nächsten Tag nochmal ins Kino zu gehen, besser geht's nicht. Okay, wow. Und bei der zweiten Kritik ein feministisches Meisterwerk. Mhm. Ja, paar sind hier so verhalten, dreieinhalb, Jens und Co. Marvin 5 Sterne. Oh, na dann. Das, äh. Ja, und dann, also sie sind schon sehr viele viereinhalb und fünf Sterne unterwegs, also. Und paar halt so wie Nils halt bei dreieinhalb, wo ich halt auch wahrscheinlich wäre. Also, ist für mich tatsächlich bei Letterboxd wahrscheinlich nur dreieinhalb eher in die Richtung. Ja. Statt eine vier, wie beim ersten Teil. Ich finde, fünf Sterne. Wow. Krass. Ja, es sei euch gegönnt, aber. Der vier einhalb. Marcy viereinhalb. Witzig, ne? Eugen 5 Sterne. War auch mehrfach im Kino. Erdenbaum viereinhalb. Die feiern den. Die haben noch nicht so viel auszusetzen. Okay. Yashimitsu vier Sterne. Erik vier Sterne. Okay, Otto enttäuscht natürlich nicht, weil. Otto zwei, oder was? Otto ist mal wieder hier bei zweieinhalb. Zweieinhalb. Ja. Bei denen kommen nicht viele von mir weg. Hier, Jan Kronauer, viereinhalb. Schönen Gruß an alle. Schön, dass ihr da ein bisschen mehr Spaß hattet. Aber ich meine, Spaß hatten wir ja auch. So ist ja nicht. Aber irgendwie bewerten wir dann, wir bewerten ja das ganze Produkt und dafür haben wir einfach zu viel auszusetzen. Außerhalb der optischen und akustischen Werte. Ja. Und sag mal, du liest da ja in der Regel mehr drüber. Weißt du denn, ob das bei Teil 3 bleiben soll oder wird das noch weitergehen? Das kann ich dir nicht sagen. Aber weißt du nicht auch. Nee, das weiß ich nicht. Gute Frage. Gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Aber die werden die Kur wahrscheinlich noch eine Weile melken. Na gut. Dann du. Genau. Jetzt habe ich mein selbstgewähltes Projekt. Also selbstgewählt war es ja nicht, weil ich bringe meinen Losfilm für diesen Monat. Und grüße unseren Kumpel Pascal. Der hat diesen Film mir im April 2023 in den Topf geworfen. Wurde von dir professionell aus dem Losdorf gefischt. Und unser Man in the High Castle. Und das ist der Film The Wailing. Aus dem Jahr 2016. Eine südkoreanische Produktion. Die Besessenen heißt er auch mit deutschem Untertitel. Regisseur und drüber Autor war Nahong Jin. Das ist der Herr, der auch The Chaser gemacht hat. Das ist ein Film, den der eine oder andere gesehen haben könnte. Und wir reden hier von Ari Asters Lieblingshorrorfilm der jüngeren Filmgeschichte. Okay. Der mag den sehr gerne. Und du hast mitgeguckt, habe ich gehört. Habe ich. Hast den. Ja. Hast ihn auch gesehen. Insofern, das trifft sich gut. Weil hier wäre ich schon sehr gespannt, wie du ihn findest. Und wie der bei dir ankam. Weil der macht schon einiges anders. Also was hier zum Beispiel anders ist, ist definitiv die epische Länge. Was für das Horror-Genre schon sehr ungewöhnlich ist. Weil der Film geht zweieinhalb Stunden. Und da dachte ich mir schon so, okay. Als ich den gezogen habe, dachte ich so, okay. Das ist doch dieser neun-Stunden-Horrorfilm. Aber ich bin gespannt. Und gucken wir, ob man das gebraucht hätte. Die Story. Es geht um Jong-Go. Der ist, oder Jong-Go. Der ist Polizeibeamter. Wir haben hier keine Stadt in dem Sinne. Das ist hier kein urbanes Szenario. Sondern wir haben hier eine sehr dörfliche Gegend in Korea. Jeder kennt sich untereinander. Du hast ganz viel Wald außenrum, um dieses Dorf rum. Und der ist so ein bisschen eher so der einfache Typ. So würde ich es mal ausdrücken. Voll. Bisschen tollpatschig. Ab und zu vögelt er mal heimlich im Auto die Nachbarsfrau. Und wird erwischt von der Tochter. Und ja, ansonsten eher sehr eingefahren. Das ist langweiliges Leben irgendwie da in diesem Dorf als Polizist. Und der wird eines verregneten Tages zu einem Mord gerufen. Bei dem es erst hieß, der T-Bauer wurde ermordet. Das erfahren wir am Anfang in einem Dialog mit seiner Familie. Aber als er ankommt, kommt er mit. Seine ganze Familie wurde abgeschlachtet. Und davor sitzt ein Verdächtiger, der das wohl alles irgendwie miterlebt hat. Und wir sehen, okay, der ist auch gezeichnet. Und die Polizei nimmt dann relativ schnell an, dass es sich um einen Pilzbefall handelt, der auch im Haus gefunden wurde. Und dieser Pilz, sagt man, ist dann so ein bisschen auf die Bewohner da übergesprungen. Und der lässt... Ja, also hat wohl eine halluzinogene Wirkung dieser Pilz. Und dann drehen die Leute anscheinend hohl. Richtig, weil die natürlich versucht, eine Erklärung zu finden für diesen Mord und so. Und das war dann die Erklärung. Ja, weil es halt wirklich ein übles Gemetzel ist, was der da hinterlassen hat. Da ist eine Menge Blut auf jeden Fall in der Hütte zu sehen. Das fand ich schon auch wieder lustig, ne? Also ich glaube, ich kenne, glaube ich, nur koreanische Filme, wo entweder gar kein Blut fließt, aber wenn Blut fließt, dann richtig. Definitiv. Was man sagen muss, ist, dass bei einigen von diesen Menschen physische Veränderungen zu bemerken sind, weil die haben so Pusteln am Körper. Und deswegen ist da zum Beispiel diese Verbindung zu diesem Pilz aufgekommen, dass man sagt, diese Pusteln am Körper sorgen auch dafür, dass diejenigen so ein bisschen nicht mehr herr ihrer Sinne sind und dann so ein bisschen durchdrehen und aggressiv werden. Und dann... Ganz schön fies gemacht, ne? Ja, ja. Dieses richtig so alter Beulen. Ja, sieht schon eklig aus. Und dann passiert ein weiterer blutiger Mord und der Verdacht fällt dann auf einen mysteriösen alten Japaner, der einsam im Wald lebt. Und dazu muss man sagen, dass unser Kopf in dieser gleichen Zeit auch nachts von diesem besagten Japaner träumt. Aber der ist in seinem Traum halt, hat er eine veränderte Form, weil er wirkt halt tierähnig. Du siehst ja, wie er an so einem Tiergadaver irgendwie rumkaut und ist halt im Wald unterwegs, trägt halt nur so einen Ländenschutz, ist ansonsten komplett nackt und hat halt auch blutrote Augen und greift halt unser Polizisten auch an in dem Moment, wo er ihn halt entdeckt und rennt auf ihn zu. Und das ist auch der Moment, wo er meistens so dann aufwacht und wo er sagt so, Alter, ich hatte schon wieder diesen Albtraum über diesen Typen im Wald. Ja, und der Film steigt ja auch mit dem Japaner ein. Ich glaube, sowieso ist wichtig für die Handlung, dass der erst... Der kommt frisch ins Dorf. Genau, der ist erst kurz davor ins Dorf gekommen. Richtig, der kommt frisch ins Dorf. Das ist übrigens Tanaka aus Kill Bill hier, für diejenigen, die schon mal das Gesicht gesehen haben. Das ist der gleiche Schauspieler. Kurz danach hat seine kleine Tochter ebenfalls besagte Pusteln am Körper und ist erstens super hungrig, also frisst den ganzen Haushalt leer und ist auch sehr, sehr aggressiv. Also beleidigt den Vater und ist nicht mehr so die sanftmütige kleine Maus, sondern die kleine Reagan lässt grüßen aus dem Exorzisten. Also wir sehen auf jeden Fall, dass die Tochter auch sehr, sehr beleidigend und aggressiv geworden ist. Und da fragt sich der Vater natürlich auch, was sie abgeht. Und jetzt ist das wieder so ein Film, wo ich mich natürlich frage, wie weit soll man hier erzählen? Also es wird für die Tochter dann ein sehr lässiger Schamane dann gerufen, der ihr so diesen Teufel austreiben soll, weil wir haben hier, wie gesagt, eine dörfliche Gegend. Das ist alles sehr gläubig. Und da kommt halt so ein Schamane mit so einem Trainingsanzug und so einer Kippe im Maul so. So sieht der halt aus, weißt du? Ja, fand ich auch sehr witzig. Ist schon auch geil, wie der gezeichnet ist. Und es gibt eine mysteriöse junge Frau, die hier mehr zu wissen scheint, als man glaubt und die auch immer wieder auftaucht. Und wo du nicht weißt, okay, was hat das auf sich mit ihr? Weil sie versucht, das erste Mal, dass wir sie sehen, versucht die den Polizisten und seinem Kumpel, die auf einer Bank sind und sich unterhalten, versucht sie auf sich Aufmerksamkeit zu machen, indem sie immer so Steine in die Richtung wirft, weißt du? Und wirft ihnen immer so Steine entgegen und vor die Füße. Und die denken so, Alter, was ist denn das für eine verrückte Alter? Hau mal ab. Aber irgendwann im Laufe des Films erfahren wir, auch mit der hat es ein bestimmtes, auch die spielt eine bestimmte Rolle. Ja, zumal wir die auch schon davor und dann auch danach immer wieder sehen. Ja, die taucht immer wieder auf. Taucht öfter mal einfach in Situationen auf und ist dann aber auch wieder weg. Also ist auch schon ein bisschen mysteriös, so wie sie erscheint. Und ja, hier würde sich Spoilern krass anbieten, vor allem, weil sich für mich auch die Frage stellt, wie du das alles interpretierst und so. Also gerade mit dem Ende wäre schon für mich sehr interessant zu wissen. Aber wie du willst, musst du jetzt enjoyern und spoilern willst. Also es würde sich anbieten, weil viel weiter würde ich hier nicht erzählen. Du hast viele religiöse Motive, die hier ins Spiel kommen. Das kann man vielleicht noch verraten. Aber wie groß das Ganze dann wird, so dieses Gut gegen Böse Thema, so Richtung Finale, das würde ich hier natürlich nicht vorweggreifen, sondern das sind natürlich alles Sachen, die würde ich jetzt im Dunkeln lassen. Okay. Also insofern hast du Bock zu spoilern, ja? Nö, also es ist ja dein Film. Du entscheidest das. Ich sage nur halt, für die Interpretation des Ganzen und so wäre es natürlich interessant. Aber eben, dann müssten wir spoilern. Ja, wir können jetzt über die Interpretation des Films können wir uns natürlich auch auf Mike unterhalten, aber ich weiß nicht, ja, kommt drauf an. Also so wäre ich dann praktisch schon durch mit der Sache. Beziehungsweise was die Filminhaltsangabe angeht und was die Interpretation des Films angeht, da müsste man dann entweder in ein Spoiler-Kapitel auftauchen, weil ich würde jetzt zu meiner Meinung eigentlich übergehen. Okay. Ja, dann erzähl erst mal, wie du das gefunden hast. Gut. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich diese zweieinhalb Stunden gebraucht hätte, aber er ist verdammt atmosphärisch. Und diese sieben Atmosphäre, die er aufbaut durch diesen ständigen Regen da, weißt du, dadurch, dass halt ständig alles in diesem düsteren Regen irgendwie liegt und durch die ultrabrutalen Morde, wo eigentlich gar nicht so viel explizit gezeigt wird, sondern wir sehen letztendlich nur das Ergebnis des Ganzen meistens. Also es gibt schon zwei, drei brutale Szenen, aber letztendlich ist das jetzt nicht so ein übelst krasses Gemetzel. Also, so die Gorhorns sehen eigentlich nur das Ergebnis des Ganzen. Ja, aber das ist dann schon sehr blutig. Das ist schon sehr blutig. Aber eine Menge funktionierte durch die Stimmung und durch die Atmosphäre und die, damit spielt er richtig gekonnt. Also, das hat er wirklich, hat er gut im Griff, das Ganze. Und irgendwie fühlen wir mit dem Kopf mit, weil das, was der Film gut macht, auch das wäre wieder ein Teil für ein Spoiler-Kapitel, der führt dich schon ein bisschen an der Nase rum. Ja, aber hallo. Und der gibt dir so bestimmte Hinweise, die er dann aber wieder revidiert, irgendwie zehn Minuten später mit einem anderen Charakter. Und es kommen so Charaktere ins Spiel, wo du nicht weißt, okay, was haben die jetzt damit zu tun? Oder was? Ja, ja, oder auch auf welcher Seite stehen. Auf welcher Seite stehen die, richtig. Alleine schon das. Und damit spielt der Film so ein bisschen mit deinen Erwartungen. Und das macht er schon ganz gut, dass er dich so auf die falsche Fährte lockt und du dann nicht so weißt, wo es hingeht. Also, ich glaube nicht, dass es viele gibt, die hier irgendwie den Ausgang so ausgemalt hätten, wie er dann letztendlich wird. Sondern das geht schon in eine Richtung, wo ich nicht glaube, dass jemand das hier calltet. Weißt du, so einer vor dem Film soll. Das ist schon sehr... Nee, der fordert dich. Also auch wenn er mit manchen Sachen wenig subtil umgeht, gibt es trotzdem eben auch mitunter so dann fast schon widersprüchliche Hinweise auf Dinge. So, dass man schon gefordert ist, auch hinterher sich das nochmal so ein bisschen zurecht zu puzzeln, glaube ich. Und selbst dann bleiben wahrscheinlich noch bei gewissen Figuren Interpretationsmöglichkeiten in die eine oder andere Richtung. Aber damit bist du ja quasi in der gleichen Position wie der Hauptcharakter in dem Film. Der ja auch nicht weiß, wem kann er trauen oder auf welcher Seite steht jetzt derjenige, mit dem er sich gerade unterhält und so. Naja, also ich finde eben... Als O-Shower bist du dir auch nicht sicher. Okay, was steht jetzt... Doch, ich finde eben, wenn es um das Ding geht, wem kann ich trauen und wem nicht, gibt der Film eigentlich schon, gerade für die großen oder für die wichtigen Figuren, die entsprechenden Hinweise. Das schon. Okay. Früh? Nee. Oder meinst du jetzt? Nö, nö. Am Ende. Auf jeden Fall. Wenn du einen Film geguckt hast, glaube ich, weißt du schon, auf jeden Fall, der gehörte zu den Guten, der gehörte zu den Bösen. Also kann man das schon ein bisschen klassisch aufteilen. Ja. Und dann gibt es ja schon auch sehr viele Sinnbilder hier drin oder spielt halt mit so ein paar Themen wie Glauben, Religion. Ja, die Todsünden auf jeden Fall. Und all sowas. Ja. Es gibt auf jeden Fall einen Bibelbezug. Nicht die Todsünden, nicht mal die Plagen, genau. Genau. Also nur die Sachen mit den Mücken könnte man so sehen. Ja, also es gibt ein paar Hinweise, die auf jeden Fall biblischen Kontext haben. Mhm. Aber eben auch darüber hinaus, finde ich, macht er so ein paar Sachen echt clever. was ich ziemlich clever finde, dass der unsere Hauptfigur so aufstellt, dass du über weite Strecken des Films denkst, der ist maßlos überfordert mit dem, was da alles passiert. Und der kann dem zu keinem Zeit, wie soll der dem jemals Herr werden, was da los ist? Wie soll dieser Typ damit fertig werden? Das finde ich so geil, dass du dir eigentlich mehr Sorgen um ihn machst, ob er das alles überhaupt gebacken kriegt, als um irgendwelche Leichen, die unter Umständen auftauchen in diesem Dorf. Ja, der ist wirklich maßlos überfordert. Weil du dir halt denkst, Alter, das ist ein netter, aber halt ein wahnsinnig einfacher Typ, wie zur Hölle. Aber dann wird er persönlich, ja. Ja. Dann muss er sich halt damit konfrontieren. Und was ich halt echt mag, ist, dass er dich eben ein Stück weit fordert. Mhm. Mit der Auflösung und mit was für Bildern der dann hantiert, ist er für meinen Geschmack ein bisschen zu weit gegangen. Ich glaube, ich hätte es stärker gefunden, wenn man da die Entwicklung von einer Figur gelassen hätte. Mhm. Dann wäre es eventuell nochmal so ein bisschen offener geblieben. War dir so ein bisschen zu platt? Ja. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Hat mich aber, hat mich nicht gestört. Nee, ich schmälere die Nummer auch kaum, weil eben über weite Strecken finde ich den Film auch genauso wie du wahnsinnig atmosphärisch und der macht schon verdammt viel richtig. Es gibt einen Film von einem sehr angesagten Regisseur, wo ich genau das am Ende auszusetzen hatte. Der hat auch am Ende etwas gezeigt, wo ich gesagt hätte, das wäre ein cooleres Ende gewesen, wenn er das nicht gezeigt hätte. Aber den werde ich jetzt nicht nennen, ansonsten könnte man andere Friends ziehen. Okay. Aber genau das ist das, was du wahrscheinlich hier meinst an der Stelle. Mhm. Naja, und dann hat er für mich zu Beginn des letzten Drittels flacht er ein bisschen ab. Mhm. Da hat er für mich so einen Hänger, wo man eben, wie du ja schon auch sagst, die Laufzeit, da kann man sich fragen, hättest du das gebraucht, ne? Weil ich glaube, wenn man da ein bisschen was rausnimmt, dann wird das noch mehr dynamischer und dann ist auch der Abschluss irgendwie entsprechend stärker. Also, man, da gab es schon. Das Ende ist ja dann schon wieder irgendwo echt clever, ne? Die letzten 20 Minuten sind Adrenalin von Weizen, also das fand ich schon richtig geil. Aber es gibt... Aber auch da wieder mit wie wenig Mittel, ne? Ja, total. Aber es gibt ja zwischenzeitlich im Film gibt es bestimmte Segmente, wo du gesagt hättest, das hätte man jetzt, hätte man jetzt bei 160 Minuten ruhig mal rausschneiden können, so was, also was jetzt nicht so wichtig ist. Aber, ähm, der macht auch schon einiges richtig und die Atmosphäre ist halt, ist halt wirklich das große Pluspunkt von The Whaling. Ja. Weißt du, warum er The Whaling heißt? Äh, ja, habe ich recherchiert, aber habe ich schon wieder vergessen. Okay, schade, weil das weiß ich bis jetzt nicht. Also ich habe den auch geguckt und ich dachte, vielleicht erklärt sich mir das irgendwann, warum überhaupt The Whaling, was ja eigentlich nur so viel wie Jammern heißt oder halt, ne? Wenn du so schluchzen. Hm. Ne, ich habe das irgendwo gehört und gelesen, aber ich habe das nicht allzu wichtig erfunden und habe mir das nicht gemerkt. Okay. Ne, kann ich nicht mehr sagen. Na gut. Nicht so wild. Ja, cool. Das klingt ja so, als hätte dir gut gefallen. Hat er. Definitiv. Also schon ein sehr cooler Film. Wie gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen kürzer gestaltet, aber ändert nichts daran, dass er trotzdem super Atmosphäre schon sehr stilsicher inszeniert worden ist, dass du mit dem Hauptcharakter mitfühlst und ähm. Ey, wie stark ist bitte die Kleine? Die Kleine? Die Tochter? Wie gut spielt die? Ja, weil die am Anfang halt auch wirklich so komplett. Ey, die hat mal richtig was zu spielen und die muss halt wirklich auch einen krassen Bruch spielen. Meine Fresse, ey. Und wenn du dann über die Soundanlage, wenn du hörst halt, wenn die so anfängt zu schreien und zu kreischen, so Alter, das ist, das ist schon hart. Ey, die geht so dreckig ab, Sie da anflucht und beschimpft, ey. Auf jeden Fall. Ja, geht gut ab, die Kleine, macht sie wirklich gut. Ja. Aber sowieso, also ich habe hier Schauspielerisch eh nichts auszusetzen. Ne. Und fand es ganz spannend, weil auch dieser koreanische Film kommt nicht ohne den ein oder anderen Klamauk-Moment aus. Hat mich hier nicht gestört, ja. Ne, mich auch nicht, weil es zu ihm als Figur passt. Er ist halt auch so ein Typ. Ja. Und du merkst, okay, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Und es wirkt null forciert. Und auch nicht irgendwie so deplatziert. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist mir hier tatsächlich aufgefallen, dass ich das null störend fand. Hast du recht, es ist mir auch aufgefallen. Dafür gab es dann auch hier wieder, letzten Drittel, einen Moment, wo dann wieder dieser übertriebene Pathos, mit dem geweint wird. Da gab es dann wieder eine Szene, wo ich dachte, ah, siehste, da ist jetzt wieder das, wo es für mich drüber wird, das hätten sie, wenn sie es da gecuttet hätten, wäre es stärker gewesen. Aber ja. Ja, okay. Dann halt so das Ding. Ja, in dem Fall hat er schon bewegendes Ende gehabt, wie ich finde. Das war gar nicht, ich meinte gar nicht das ganz am Ende. Gibt davor so einen Moment, wo laut drauf losgeweint wird. Ach so, okay. Das war mir ein Tick. Ja, 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 okay, alles klar. Dann weiß ich, welche Szene du meinst. Ja. Ja, gut. Aber eben. Alles meckern auf hohem Niveau. Voll. Das ist schon wirklich ein guter Film. Ja, war auch super erfolgreich da in Südkorea gewesen. Also für einen Horrorfilm hat er richtig viel eingespielt. Da sind die Leute irgendwann reinweise ins Kino gerannt. Weißt du, wie viel? Nee, ich konnte da keine Zahlen genommen. Aber ich finde es schon beeindruckend, dass halt wirklich solche Filme in Korea, im Kino richtig Asche machen. Voll. Weil das ja wirklich, ich glaube, für Durchschnittsleute hierzulande wäre das zu krass, zu düster, zu ekelhaft. Aber die ostasiatischen Länder, so ob jetzt Japan oder Korea und China und so, sind doch traditionell richtig krasse Horrorfans. Ja, eben, aber das meine ich, da gibt es kulturell, ist das anders verankert und die haben da einen anderen Bezug zu, genauso eben auch wie zum Bluteinsatz in dem Film. Das stimmt, ja. Deswegen ist es hier, es ist wirklich mörder ekelhaft zum Teil, was du hier siehst. Aber er kommt halt eigentlich daher wie so ein Tatort. Also sehr, sehr guter Tatort, aber von der Struktur, du hast halt, es tut sich ein Kriminalfall auf und unsere Hauptfigur beschäftigt sich damit, versucht das Ding zu lösen und dann wird es halt wild. Runtergebrochen, ja, mag sein. Naja, es ist ja ein Krimi, unterm Strich. Ja. Mit halt einer sehr großen Mystery Komponente. Ja, mit ziemlichen übersinnlichen Komponenten, richtig. Ja, aber das ist ein geiler Film. Danke, Pascal, dafür. Cooles Ding, ich hatte Spaß. So, IMDb 7,4, hat einen Metascore von 81 und Letterboxd 4,0, Alter. Das sind schon alles. Alter, der hat einen Metascore von 81? Der hat einen Metascore von 81. Das ist ein... Wie geil ist das denn? Ein Kritikerliebling, ja. Ey, und das bei so einem Film? Kann ich aber verstehen, weil der ja nicht so... Ja, aber Digga, hier wird Blut gekotzt. Also... Ja, aber es ist nicht so... Es ist schon... Es wundert mich einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Horrorfilm ist, den auch Leute mögen, die Horrorfilme jetzt nicht so... Du bist ja ein gutes Beispiel. Ja, weil Tatort. Weil die Tatort-Philosophie hier drin ist. Ja, gut, Max, ey. Nee, nee, ich gebe dir den. Der funktioniert schon echt gut. The Wailing. Wie viele Punkte gibt es von hier? Acht. Acht-Punkte-Folie. Ja. Mal gucken, ob wir klingen. Ich halte schon mal meinen Finger dagegen. Nee, ich glaube, du bist bei 8,5. Nein, eine 9. 9 sogar? Ja. Okay, schön. Die letzten 20 Minuten haben sie noch rausgeholt. Ansonsten würdest du richtig liegen mit den 8,5. Okay. Aber der hat ja noch so irgendwie an dem Rad gedreht, Alter, dass ich gedacht habe, alle letzten 20 Minuten, da saß ich sehr gespannt vor dem Beamer. Und der geht ab. Super atmosphärisch, was da passiert. Deswegen hat er sich den halben Punkt nochmal verdient und 9 Punkte von mir für The Wailing. Sehr schön. Geiles Ding. Sehr cool, Pascal. So, Gruß dahin. Und dann schließen wir die Folge ab mit einem gemeinsamen Film. Ja. Grüße gehen raus nach Gölle an unseren Kumpel Markus. Von dem ist der Auftragsfilm Blood Diamond. Markus, Markus, ich finde Dune Part 2 so gut, dass ich den zweimal hintereinander sehen möchte. Der Markus, ja. Markus für Sterne Dune. Okay. Na dann. Vielleicht kommen wir bei der Punktevergabe nochmal drauf zurück, willst du damit sagen, oder? Was? Nee, nee, nee. Ich wollte nur zuordnen, ob das der gleiche Markus ist. Ja, ja, das ist der, es gibt keinen Second Markus bei uns. Noch nicht. Nee, noch nicht. Ja, Appell nochmal an die Schweizer. So, ich habe die beiden Male davor vorgelegt. Jetzt finde ich, darfst du mal anfangen. Mach ich. Ich sage, du bist bei einer 6. 6 Punkte. Oh Quatsch, falsch hier. Ich sehe dich bei 7. Okay. Ich habe jetzt natürlich schon die Befürchtung, dass das falsch ist. Du siehst mich bei 6. Interessant. Ich sehe dich bei 6. Und glaube. Was glaubst du, warum? Weil 6 ist ja nicht so gut. Ich glaube zu wissen, dass du hier ein bisschen was aussetzen hast. Ganz vorne, dass Leonardo DiCaprio in seiner Rolle das Ganze nicht abnimmst. Als Hauptcharakter. Ey, ich habe es ja gestern gezeigt, ich konnte das leider, ich habe keine Zeit gehabt, weil ich habe lieber The Wailing geguckt, statt mir jetzt nochmal diesen Essay durchzulesen oder erstmalig diesen Essay durchzulesen, weil es gibt tatsächlich jemand, der sich im Rahmen seines Studiums mit der Performance, respektive mit dem Dialekt in der Performance von Leonardo DiCaprio hier befasst hat. Und das hätte ich mir gerne durchgelesen, bevor wir hier darüber sprechen, weil das schon irgendwo spannend ist, finde ich. Weil du hast das, glaube ich, auch schon gesagt, als klar war, dass wir diesen Film besprechen werden, dass das so ein Thema war damals. Und es ist auf jeden Fall tricky, also weil die Voraussetzungen sind tricky für den Dialekt und ja, über die Umsetzung sprechen wir gleich noch. Also du hast es ja noch relativ neutral gehalten gestern, ohne Wertung, als du gesagt hast, es gibt ein Essay und so, du hast ja nicht gesagt, wie du das fandest, aber mir fiel sogar beim Gucken auf, dass das wahrscheinlich nicht gut ist, was er macht. Aber es war immer mein Go-To-Beispiel für Pro-OV statt Synchro, weil sich ein Schauspieler ja trotzdem einen bestimmten Akzent aneignet und mit diesem Akzent natürlich diesen Film führt und redet und sich den antrainiert, weißt du. Und im Deutschen ist das halt ganz normal deutsch und das finde ich halt scheiße, dass halt ein Teil der schauspielischen Leistung, egal ob die gut ist oder schlecht, dass die halt flöten gehen. Aaron Taylor Johnson in Nocturnal Animals ist übrigens ein krasses Beispiel, weil der Typ ist Brite. Oh, okay. Und der spielt hier einen texanischen Redneck, Alter, und bei dem nimmst du mal sowas von den Amerikanern ab, so weißt du, er soll jetzt der neue Bond werden und so, es wurde ja wohl offizieller. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, da weiß ich, dass es gut ist. Hier glaube ich jetzt im Nachhinein war es wahrscheinlich nicht besonders gut. Aaron Taylor Johnson soll ein neue Bond werden? Ja, also er war ja sowieso einer von den Kandidaten, die so gehandelt worden sind. Ja, aber ich dachte, er wäre auch einer von denen, wo es dann hieß, zu alt. Ne, jetzt mittlerweile ist er wohl richtig krass am Rennen. Also es ist jetzt wohl nur eine Frage von Tagen, wann er präsentiert wird. Okay. Da gab es neulich jetzt noch einen... Ach, aber dann gehen sie jetzt doch auf älter als ursprünglich angesagt. Könnte sein, ja. Okay, aber wie geil. Also ich meine, mit ihm kann ich ja wirklich gut leben. Ja, ja, voll. Ist ein guter Bond. Okay. Also es hört sich dann auch an, als wäre es jetzt nicht so der Pierce Brosnan, elegante Bond von jemandem. Nee, ja, denke ich auch. Oder es wird wahrscheinlich auch eher so ein Raudi. Ja. Aber cool. Aber das kann ich auf jeden Fall mal vorweg schicken. Ich konnte nicht beurteilen, ob er das hier gut oder schlecht macht, weil ich keine Ahnung habe, wie sich das anhört, der Dialekt. Mhm. Das Einzige, was mir aufgefallen ist im Zuge dessen, dass er das halt nicht konsequent macht. Da habe ich mich ja gefragt, ob das damit zu tun hat, mit wem er gerade redet. Ist so. Und das darf aber nicht so sein. Naja, meinst du? Wie? Ach so. Wenn du jetzt mit so einem Waffenhändler redest und so weiter. Wenn ich jetzt mit so einem türkischen Waffenhändler in Berlin reden würde, würde ich wahrscheinlich nicht mein bestes Hochdeutsch auspacken. Jetzt als Beispiel. Okay. Sondern würde eher tendenziell mehr Berlinern, weißt du, und mehr so den Atzen raushängen lassen, als wenn ich mich jetzt mit einem Aristokraten unterhalte. Mhm. Das könnte ja ein bisschen was mit dem Gegenüber zu tun haben. Ja, wenn du dich in der gleichen Region deines Dialekts befindest, ja. Mhm. Aber einen harten Dialekt auszupacken, wenn du mit Leuten aus einer ganz anderen Region sprichst, ist ja eher kontraproduktiv. Nee, aber er war doch in seiner Region. Nee. Wir sind hier in Sierra Leone und er kommt aus Südafrika, geflüchtet nach Zimbabwe. Ja, richtig. Ja, gut. Das ist eine ganz andere Baustelle. Ja, aber afrikanisches Umland. Digga, willst du mich verarschen, wir sind hier in, ja, aber das ist ungefähr so, als würdest du sagen, Kasachstan ist ums Eck von Berlin. Kasachstan ist nicht so weit weg. Digga, wir sind hier in Sierra Leone, das ist West, Nord, West, Afrika. Du gehst jetzt hier noch in Geografie aus. Trotzdem ist das auch ein afrikanisches Land, woher kommt nur die Reden der Afrikans. Nicht in Sierra Leone. Nicht in Sierra Leone? Nein. Okay. Ich kenne die Erzesse da auch nicht so gut. Naja, also, warte mal, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber würde ich einfach mal behaupten, alle, Afrikans ist was, was aus Südafrika kommt. Ja, ja, klar, das weiß ich hundertprozentig, aber ich bin mir nicht sicher, ob Afrikans in anderen afrikanischen Ländern nicht gesprochen wird. Also vielleicht, wie gesagt, in Ländern unmittelbar rund um Südafrika mag das sein. Deswegen ist ja auch dieses Ding, wo sich dann, ich habe ein bisschen recherchiert, wo sich halt die Geister scheiden, weil es halt von Südafrika nach Zimbabwe nicht so weit ist und deswegen Leute sagen, es ist mit seinem Dialekt halt echt tricky, weil die halt erzählen, dass er als Kind in Südafrika war und dann nach Zimbabwe gegangen ist und deswegen die Klangfärbung wahrscheinlich stärker dieses Rhodesian English sein müsste, was halt in Zimbabwe gesprochen wird, deswegen weniger Afrikans und halt mehr Rhodesian English. Okay. Na gut. Und das Einzige, was ich über Rhodesia weiß oder jetzt halt Zimbabwe, es sind Rhodesian Ridgebacks, das sind schöne Hunde. Ansonsten habe ich gar keinen Bezug zu Sprache von dort oder sonst irgendwas, deswegen weiß ich schlichtweg nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass er das eben nicht konsequent fährt, das Ding, weil er halt eben mit Jennifer Connelly in den Dialogen sehr viel amerikanischer wirkte oder beziehungsweise da, ich bin da bei Trevor Noah, Alter, weil für mich klang er stellenweise wirklich, wie er ihn beschrieben hat, wie ein besoffener Australier. Okay. Hat er gesagt, ja. Ja, der hat den regelrecht gebashed für den Film, also das ist schon lustig. Der meinte, der halt macht den so ein bisschen nach und fragt dann halt so, what were you thinking, so you sounded like a drunk Australian. Nein, in seiner Show hat er sich halt darüber ausgelassen und spricht ihn quasi an. Nee, nee. Sagt dann eben, also er und Forrest Whitaker könnten sich zusammen tun, weil er Forrest Whitakers afrikanischen Akzent in Black Panther so lächerlich fand. Man hat gesagt, they could do a movie together and do bad African accents together. Irgend so was hat er gesagt. Ja, recht witzig. Ich, deswegen, also ich habe halt keinen Bezug zu dem Dialekt, deswegen klang es für mich stellenweise mehr nach Australisch. Aber ich unterschreibe das, dass das mal mehr und mal weniger in den Vordergrund trat, sein Akzent. Naja, vielleicht lese ich irgendwann noch diesen Essay, weil da wird auch drauf angegangen, inwiefern das variiert. Macht das. Und danach das Dune-Buch. Ja, unbedingt. Nach dem Essay. Genau. Alter, was ich alles noch lesen will. Ja, Regisseur Edward Swig, 26 Credits und passend zu diesem Film hat er auch Last Samurai gemacht. Defined. Noch mehr kulturelle Aneignung. Pawn Sacrifice. Ja, finde ich schon spannend, weil, also ich mochte Last Samurai immer. Ich mochte den auch, ja. Also ich fand den immer stark, aber wahrscheinlich so aus heutiger Sicht tatsächlich eine ähnliche Geschichte, weil das ja auch wieder so ein White Savior Ding ist. Aber was mir schon damals auch gefallen ist, ist das miese Abklatsch von der mit dem Wolf tanzt war eigentlich. Naja, oder so. Weißt du? Gleich hier eine andere Kultur verfrachte. Ja, genau. Aber da war halt auch wieder das Score so fett und so. Also, naja, weiß ich nicht, ob ich den heute noch so feiern würde, wie ich ihn damals gefeiert habe. Das war eine Phase von Tom Cruise, wo er auch eine Menge Filme gemacht hat. So, da kam Last Samurai, da kam hier Minority Report und so. Der hat so drei, vier, oder hier Collateral und so. Da kamen so drei, vier, fünf Filme und danach hab ich gesagt, Alter, die Tom Cruise-Filme, die gerade rauskommen, sind alle geil. Und den fand ich auch gut. Ja. Und so gesehen ist es auf jeden Fall was anderes, weil ich Blood Diamond ja jetzt zum ersten Mal gesehen hab und ich glaub, wenn ich den von damals gekannt hätte, wäre das was anderes gewesen. Ja, ich hab ihn im Kino damals gesehen. Ah, okay. Das war jetzt eine Zweitsichtung. Mhm. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das verändert hat. Ja. Also, ob sich das verändert hat. Das werden wir erfahren. Der ist von 2006, also ist auch schon, Alter, wenn den, das ist schon fast 20 Jahre hier, Alter, das ist einfach mal. Krass, ne? Das ist so absurd. Ja. Dass ich vor 20 Jahren fast im Kino war und diesen Film gesehen habe. Unglaublich. Geschrieben haben das Charles Leavitt und C. Gaby Mitchell von Charles Leavitt mit seinen 11 Credits, Warcraft hatten wir ja auch schon und Kpex. Mhm. Hat er auch mitgeschrieben und jetzt zuletzt Those Who Wish Me Dead. Ja, willst du erzählen, was hier geht? Kann ich machen. Mhm. Also es geht so ein bisschen um, oder was heißt ein bisschen, es geht eigentlich primär nach Afrika, dieses Ding, was Kanye auch besungert in seinem Diamonds vom Sierra Leona, nämlich Diamanten und der Diamantenhandel, beziehungsweise auch das, das sind Decken von Diamantenrohstoffen, werden halt benutzt, um Waffen für den Bürgerkrieg zu finanzieren in Afrika und deswegen herrschen da kriegsähnliche Zustände. Ganz am Anfang des Films fallen Rebellen in ein Dorf ein, eine Familie wird dort getrennt, Vater, Sohn, zwei Kinder und die Mutter. Der Vater wird gespielt von Jimon Hunsu, der heißt Solomon und ist ein einfacher Fischer. Der wird von dem Warlord, der da einfällt, in ein Arbeitslager gesteckt, wo er ja nach besagten Diamanten im Fluss schürfen muss mit anderen Arbeitern und unter der Aufsicht des Schergen, die sein Dorf überfallen haben, hält er seinen Sohn woanders fest und macht aus ihm praktisch so einen Kindersoldaten, bildet ihn da zum Kindersoldaten aus. Das ist die Geschichte um diese Familie. Parallel dazu folgen wir einem Weißen namens Archer, der wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Der ist wiederum Schmuggler und sagt sich, warum sollte er kein Stück von dem Kuchen da abkriegen, was den Diamantenhandel und Co. angeht und deswegen sucht er sich so Schmuggler aus, kooperiert mit denen, holt sich da ein paar Diamanten ab und versucht damit Kohle zu machen. Und der wird relativ am Anfang des Films beim Versuch, die Landesgrenze nach Liberia zu überqueren, verhaftet, weil er da so mit so ein paar Ziegen versucht, da Diamanten rüber zu schmuggeln und die entdecken, dass die eine Ziege eine Narbe hat, schneiden die auf und finden darin Diamanten. Der landet im Knast. Und das Lager von dem Warlord wurde inzwischen auch von der Regierung gebastelt. Alle, die dort im Lager tätig waren, also die Arbeiter, die jetzt eigentlich gar nichts mit dem Warlord zu tun haben, so wie seine Soldaten und er selbst, sind in den Knast gekommen und das ist der gleiche Knast, wo auch unser Kumpel Archer gerade sitzt. Dazu muss man wissen, dass der Fischer, den ich erwähnt habe am Anfang, Solomon, hat im Fluss einen wirklich sehr großen Diamanten gefunden und weiß, okay, das ist größer als die kleinen Steine, die man sonst hier findet. Hat ihn heimlich versteckt und entschuldigt sich, weil er dann irgendwie auf Klo muss und stellt sich dann in den Busch rein und ist gerade dabei, diesen Diamanten zu vergraben, als er erwischt wird für den Warlord. Und er beobachtet ihn dabei, dass er diesen riesigen Diamanten gerade begraben will und sagt so, Alter, was machst du da? Und in diesem Moment fallen halt die Regierungsbeamten da ein. Du siehst halt Schüsse, du siehst halt irgendwie, wie da geballert wird und Solomon vergräbt diesen Diamanten nicht an der Stelle, sondern halt ein ganzes Stück weiter. Aber unser Warlord hat natürlich mitbekommen, dass der einen Diamanten vergraben hat und das erwähnt er in diesem Knast auch und sagt auch, wo ist mein Stein? Ja. Und als er das fragt, wird natürlich unser Kumpel Archer hellhörig und sagt sich, okay, hier wird von einem Stein geredet, der größer wird als alles andere, was man in letzter Zeit gefunden hat. Äh, I'm in so, weißt du? Also ich bin am Start. Ja. Und als die beiden aus dem Knast rauskommen, sucht Archer den besagten Solomon auf und bietet ihn an, pass auf, ich such deine Familie. Ich finde deinen Sohn. Naja, er kommt ja zuerst aus dem Knast und hilft ihm dann ja auch aus dem Knast zu kommen. Ja, genau. Also da werden ja Leute bestochen und so. Ja, richtig. Ich unterstütze ihn ein bisschen damit rauszukommen. Aber natürlich mit dem Hintergedanken, dass er sich mit ihm zusammentut, weil nur er weiß, wo dieser Diamant letztendlich begraben ist. Und jetzt haben wir so eine Zweckgemeinschaft von dem Schmuggler und er sagt, ich finde hier deine Familie und du besorgst mir den Diamanten. In diesem ganzen Szenario kommt auch eine Journalistin dazu, Maddie Bowen, die wird gespielt von Jennifer Connelly. Und die ist am Anfang eigentlich drauf und dran, diese ganze, diesen Diamantenschmuggel und diese, diesen Bürgerkrieg und alles, was so, diese ganzen Leichen, die da dranhängen, die Leute, die ihre Heime und ihr Haus verlieren, sie will das eigentlich, also sie will das eigentlich bekämpfen so. Und sie will das eigentlich journalistisch, will sie eigentlich das Ganze entlarven. Und deswegen fragt sie auch Archer aus und so. Und es findet auch nicht gut, was der da macht, so weißt du. Naja, es geht natürlich vor allem um die Verbindung zum Westen, weil dieser Diamantenhandel natürlich von der westlichen Welt angekurbelt wird und diese, dass ja alles auch nur so dramatisch ist, weil die Nachfrage eben entsprechend ist. Und die wird halt reguliert von den Leuten, die diesen Diamantenmarkt kontrollieren. Da ist vor allem eine Figur namens Rupert Simmons federführend. Michael Sheen spielt den. Der lenkt das Ganze aus London. Ja, und es soll halt drum gehen, nachgewiesen, nachzuweisen, dass das ein korrupter Haufen ist. Und dass die halt wissen, unter welchen Bedingungen in Sierra Leone diese Diamanten geborgen werden. Und dass da eine Menge Blutvergießen mit reinspielt. Und dass die das aber billigend in Kauf nehmen und aber mit weißer Weste dastehen, weil die das halt so deichseln, dass das über Umwegen erst bei denen landet. Und das ist in der Zwischenzeit halt wie so eine Geldwäsche, wird das quasi verschleiert alles, wo die Dinger herkommen. Ja. Ja, und das will sie halt aufdecken und ist deswegen eigentlich total idealistisch unterwegs und lernt dann aber den charmanten Danny kennen. Ja, lernt dann auch kennen, dass er hinter seiner harten Schale und hinter seiner Oberflächlichkeit, dass da tiefe Narben versteckt sind. Ja, und da geht auch noch was. Egal in welchem Jahrzehnt ich Jennifer Connelly in irgendeinem Film sehe, seit ich die gesehen habe in den 80ern, irgendwann denke ich so, wie schön ist die eigentlich. Ja, ja. Das fing damals an und dann habe ich einen Film in den 90ern gesehen, hier, keine Ahnung, Rocketeer und so, und denke, wie schön ist die. Und jetzt ist sie im Blatt da immer und ich denke mir wieder, wie schön ist sie. Ja. Und im Maverick ist sie immer noch schön und das ist schon echt eine krasse Frau. Ja. Ja, optisch auf jeden Fall immer eine Bereicherung für einen Film, das sehe ich auch so. Voll, ja. So, auch dieser Film geht weit über zwei Stunden, zwei Stunden 23. Mhm. Das zieht sich heute auch so ein bisschen durch. Und auch der Film war im Oscar-Rennen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil das hatte ich mal überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, Alter. Das hatte ich wiederum auf dem Schirm. Wusstest du das noch, ja? Aber je mehr ich von dem Film, also ich wusste, dass er im Oscar-Rennen war, wie viele, wusste ich nicht mehr. Fünffach Oscar nominiert. Ja. Ja, ja, eben. Also DiCaprio war für seine Hauptrolle nominiert, hat dann verloren gegen Forrest Whitaker. Ach. Ja. Ja. Wirklich, ja? Ja. Last King of Scotland. Nachbarland. Ja. Okay, krass, das war das gleiche Jahr. Mhm. Abgefahren. Dann war Jimon Hunsu hier nominiert. Das war ja auch sowas von seinem Durchbruch, dieser Film. Und gewonnen hat da Alan Arkin. Mhm. Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, ja. Und dann war noch Schnitt und Sound-Mixing und Sound-Editing nominiert. Alter, ganz ehrlich, diese Sound-Mixing-Kategorie habe ich ja hier gar nicht verstanden, weil das einer der wenigen Filme ist, wo ich es so unausgewogen fand, so diese, wenn hier halt geballert wird, wenn du so Kriegsmomente hast und dann der Dialog wieder. Ich war hier am leiser und lauter drehen, was ich normalerweise nie machen muss. Aber als dann diese Action- oder Kriegsszenen ins Spiel kommen, war das so viel lauter als jetzt die Dialogszenen, dass ich gesagt habe, das ist richtig scheiße abgemischt. Und dann im Nachhinein beim Recherchieren komme ich so mit, dass der Film eine Nominierung hatte als Sound-Mixing. Für Sound-Mixing, ja, das ist krass. Aber vielleicht soll gerade das irgendwie zu diesem Drama beitragen, dass das dann halt alles immer so eskaliert. Ja, gut. Ja, aber also je länger ich den Film geguckt habe, desto weniger konnte ich verstehen, dass der diese ganzen Oscar-Nominierungen eingefahren hat. Weil das wurde für mich wirklich, ich würde sagen, das erste Drittel fand ich noch interessant. Und dann fingen die Probleme aber schon schnell an. Berichte. Naja, also zum einen finde ich es halt problematisch, dass der mit diesen Themen hantiert und aber unterm Strich nichts anderes ist als so ein Action-Vehikel. Oder dass er halt diese Themen benutzt, um eigentlich so eine Art Action-Film da draus zu machen. Wird den Themen halt null gerecht, finde ich. Auch da gibt es halt eine wenig differenzierte Darstellung. Das ist halt einfach, du hast hier die Warlords und das sind üble Wichser. Und die machen nur böse Dinge und das eigentlich auch ohne große, also die Motivation ist halt jetzt alles wahnsinnig eindimensional. Und auf der anderen Seite wird dann versucht, aber so einen ehemaligen Söldner, der jetzt Schmuggler ist, als Protagonist des Films zu etablieren, der dann halt auch noch seine White-Savior-Story kriegt, weil er halt eine Wendung durchmacht. Und in all diesem Schmuh müssen wir dann noch irgendwie so eine oberfächige Liebesgeschichte reinklatschen. What the fuck? Also was zur Hölle? Ja, natürlich muss die da rein. Weil ich meine, diese Filme, Jennifer Connelly ist ja so das Ostehen-Geschild des Journalismus und dass so Journalisten beim Berichten in Krisengebieten irgendwie viel zu sehr an die Front geraten und so in Gefahr geraten. Da gab es ja Filme, die das schon richtig geil inszeniert haben. So Killing Fields oder Under Fire mit Nick Nolte, das ist ein super Film. Da habe ich schon einige gesehen, die mega sind. Und das hier ist einfach mal die absolute Hollywood-Variante davon. Aber sowieso, wie hier die Konflikte erzählt werden, ist halt eine voll die Hollywood-geschönte Nummer und ich finde es halt so krass, weil es dieses Thema nicht verdient hat, dass damit so umgegangen wird. Und dann hast du so ein paar Texttafeln am Anfang und am Ende, damit du irgendwie einen realen Bezug herstellst. Und ja, das ist ganz schlimm auch. Dieser Moment, wo sie realisiert, dass das im Grunde für die Katz ist, was sie da macht. Also, dass das halt gar nichts verändern wird, wenn sie irgendeinen scheiß Artikel schreibt. Was ist das bitte für ein armer Moment in dem Film? Also, es gibt so unzählige, so schlechte, generische Pathos-Momente. Ja, also ich fand es wirklich zunehmend fragwürdiger, je länger das ging. Ja, ja. Ist schon voll mit Pathos. Zudem, logisch, bin ich empathisch und versetze mich natürlich in die Lage von einem Vater, der gerade von seinem Sohn getrennt worden ist, aber da gibt es schon einige Momente, wo er so reagiert, dass ich denke, Alter, das ist so kontraproduktiv, was du gerade machst, auch wenn du gerade in Panik bist, da so zwei LKWs hinterher zu schreien, weißt du, die gerade irgendwie voll beladen sind mit bewaffneten Rebellen und so hin und her und sich da aus seinem Versteck da raus zu schreien, weil du glaubst, dein Sohn ist da gerade drauf. Das ist einfach, keine Ahnung, also, wem soll das was bringen? Naja, dem Drama halt. Ja, dem Drama. Genau, das brauchen halt, um einen spannenden Moment in diesem Film zu generieren. Es ist halt wirklich eine Popcorn-Variante dieses traurigen, real existierenden Problems von damals und das ist auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie... Also dieses Kindersoldatenthema, Alter, wie kannst du das denn so abhandeln? Ja, ja, das war schon, das war schon, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin da ein bisschen hinterher gerissen, weil einerseits ist es ja löblich, dass sich so ein Hollywood-Film so ein Thema annimmt, so, weißt du? Das ist natürlich kein ernsthaftes... Ja, aber du musst doch nicht... Keine ernsthafte Konfrontation damit... Ja, eben, weil sie nur das Szenario als Umfeld benutzen, um ihre White-Savior-Story zu erzählen. Aber es macht eventuell den einen oder anderen darauf aufmerksam. Also gut, das Gesetz wird ja mittlerweile verabschiedet, dass die Leute beweisen müssen, wo die Edelsteine herkommen und so weiter. Also das hat man ja mittlerweile als durchgeboxt. Insofern sind diese Blutsteine, wie sie genannt werden, ist ja so gut wie ausgemerzt. Aber... Also das halte ich... Also es ist wohl mittlerweile von 5% damals, wie das wohl die Quote ist, sind es mittlerweile auf 1% gesunken. Insofern hat das Gesetz ja offensichtlich irgendwas erreicht. Ja, anscheinend eine leichte Senkung dahingehend. Aber ja, ist jetzt auch hinfällig, darüber zu diskutieren, ob es das noch gibt oder nicht. Also ich glaube, die Zustände in diesen... Die sind ja nach wie vor umkämpft, diese Gebiete, wo Diamanten halt vorkommen. Und ja, ich finde es halt schade, weil es eben nur das Setting ist für diese Story rund um Leonardo DiCaprio. Und ich meine, ich verstehe es, weil auch dieser Film hat 100 Millionen gekostet. Das war 2006 schon auch ein richtig teurer Film. Und natürlich brauchst du dann einen A-Lister, der hier die Hauptrolle spielt. Und ich finde, Jimon Hunsu, also auch wenn der sich hier einen Wolf spielt, so man sieht dann auf jeden Fall, kann ich erkennen hier, dass der Talent hat. Trotzdem finde ich sowohl die Oscar-Nominierung für DiCaprio als auch für ihn irgendwo... Ja. Also nur weil jemand viel rumschreit, ist es halt nicht immer geil, ne? Also das... Nee, das hätte... Also konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich... Ich war ja bei sämtlicher Oscar-Nominierung hier sehr überrascht. Und fünffach, ja. Aber ich habe gerade über Tom Cruise erwähnt, dass der eine Zeit lang Filme rausgebaut ist, weil ich geil fand. Leonardo DiCaprio hatte so eine Zeit lang, wo ich ins Kino gegangen bin und fand die Filme alle okay. Da kam ja dieser Agentenfilm mit Russell Crowe, glaube ich, kurz danach. Irgendwie, der Mann, der zu viel wusste, ist der, glaube ich, in Deutsch. Über den redet ja auch keiner mehr. Der hieß, der Mann, der zu viel wusste? Ich glaube, das ist ein anderer Film. Heißt der wirklich so? Ja. Okay. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall schon eine Zeit, wo ich mich nicht mehr mit deutschen Titeln befasst habe. Ja, ich weiß nicht, wie der im Original ist. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es waren so zwei, drei Filme von DiCaprio, über die redet keiner mehr. Keiner redet heutzutage noch über Blood Diamond. Und dass der Film von Oscar-Nominiert ist, wie gesagt, das hat im nächsten Jahr schon keinen mehr interessiert. Trevor Noah hat gesagt, Africa will never forget. Was er da für einen Dialekt abgezogen hat. Africa will never forget. Musst du mal reinziehen, ist einigermaßen witzig. Würde ich machen. Der Trevor Noah. Ach, sehr okay. Aber das heißt, der ist jetzt dann doch ein bisschen gesunken bei so einer Zweitsichtung. Der ist bei mir, glaube ich, genau da, wo er letztes Mal war. Weil ich habe ihn bei Letterboxd mit einer dreieinhalb tituliert und ich weiß genau, wie diese dreieinhalb zustande kommt. Weil ich finde dann doch, dass die Action kurzweilig genug ist. Weil es passiert ja schon ständig was, weißt du? Ich meine, die ziehen ja da teilweise zu Fuß durch dieses Land, weißt du? Du siehst ständig irgendwelche Leichen oder irgendwelche Bomben, die da irgendwo eingeschlagen sind, weißt du? Und Körperteile und so. Also das Elend bekommst du ja schon mit. Und die Szenen, wo die halt wegrennen und wo die halt beschossen werden von irgendwelchen Rebellen, die sind dann schon so inszeniert, dass ich hier gut durchkomme. Also es ist kurzweilig. Aber es ist natürlich eine sehr oberflächliche Betrachtung der Ereignisse. Und deswegen ist das so für mich ein Sieben-Punkte-Film. War es damals und es ist jetzt immer noch. Ja, geil. So in dem Rahmen bewegt sich das. Aber ich sehe natürlich die Macken und ich sehe natürlich den Pathos und finde auch den Ali Capri hier nicht besonders gut besetzt und hätte man auch austauschen können. Was hat der denn? Also ich fand es ja irgendwann lustig, dass der Archer heißt, weil er ja wirklich an jedem Satz ein H hinten dran hängt. Achso. Ist dir nicht aufgefallen? Nee. Hä? Er macht immer, hä? Achso, macht er? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Wirklich nicht? Hast du mal... Boah, das war so ein Ding, so einmal gehört und dann kriegst du es nicht mehr aus deinem Kopf raus, weil er es in jedem Satz macht. Hast du von der Aids-Theorie gelesen? Das fand ich auch ganz interessant. Ja, finde ich sehr an Haaren herbeigezogen. Dass man da sowas reininterpretieren kann, überhaupt so. Und dann das Ganze anhand von zwei, drei Momenten dann irgendwie rechtfertigt. Finde ich auch witzig. Naja. Ja, haben sich Fans überlegt, dass Danny Archer HIV-positiv ist. Und dass es da wohl Belege im Film für gibt. Weil am Anfang eine Prostituierte auf ihn zukommt und sagt, lass mal Spaß haben. Und er sagt, sie sagt so, ich habe keinen Aids. Und dann meinte er, das habe ich schon mal gehört. Und das heißt wohl, dass er eventuell HIV-positiv ist und deswegen niemand an sich ranlässt. Tja, vielleicht ist er einfach nur schüchtern. Ich fand es auch, ich bin dann durch Umwege irgendwie, weil ich dann gegoogelt habe, wo Liberia genau ist, geografisch in Afrika, bin ich dann auf so eine Reisewarnungsseite gekommen. Wo was genau ist? Wo Liberia sich befindet. Achso. Auf diese Reisewarnungsseite, wo halt drinsteht, wenn du da hinfliegen willst. Achso, so auswärtiges Amt. Genau, auswärtiges Amt. Und das fand ich halt auch so, ich habe mir das alles durchgelesen. Das ist so abgefahren, Alter. Da steht zum Beispiel drin, dass es gerade keine Kriegsaktionen gibt, aber dass man halt trotzdem mit Terroranschlägen rechnen muss. Und dass du halt belebte Menschenmengen und so meinen sollst, dass du auf keinen Fall nachts irgendwie durch die Gegend spazieren sollst und dass halt die Vergewaltigungsrate irgendwie extrem hohe ist von Touristen und dass du ausgeraubt wirst, dass am meisten zu empfehlen ist, dass du das Hotel direkt am Flughafen nimmst, weil das wohl für Touristen super sicher ist. Aber sofern du im Landesinnere bist, bist du halt nicht mehr safe. Und dann wird halt berichtet, dass du in bestimmten Seen halt nicht schwimmen kannst, weil du da irgendwelche Krankheiten dir einfängst und dass die Zetzefliege da noch unterwegs ist und dass gegen Schlangenbisse man kein Gegenmittel da hat, sondern dass man damit rechnen soll, wenn du von einer Schlange gebissen wirst, Achtung, es gibt in den Krankenhäusern und in den umliegenden halt medizinischen Fakultäten, gibt es halt nur so Erstversorgung, aber keine Mittel gegen Schlangenbisse. Na super. Und ich habe mir das angeguckt und dachte, Alter, okay. Liberia hat gerade Australien abgelöst als schlimmstes Reiseziel. Geht in die Richtung, ja. Oh Mann, naja, es ist hart, weil da ist natürlich, das muss ja weit entfernt von spaßig sein, unter solchen Bedingungen zu leben. Ja, es stand da drin, dass Krankheiten übertragen werden durch die Insekten, die da rumfliegen, deswegen solltest du dich halt eincremen, aber die Zetzefliege, die halt irgendwie diese Malaria oder so überträgt, die ist wohl wiederum immun gegen Möckenspray, also musst du da trotzdem irgendwie aufpassen. Alter, ich dachte, was für ein Albtraum. Aber gut, Malaria kannst du dich auch impfen im Vorfeld, oder? Also da waren ein paar Sachen beigegen, die du dich nicht impfen kannst, stand da noch mit bei, wo ich dachte. Und dann Vergewaltigung und so, ja, Terroranschläge kann passieren. Okay, nice. Ja, ja, du, also nach wie vor, dicksten Respekt an alle Journalisten, die sich dann sowas aus der Nähe angucken. Das stimmt. Du musst schon Eier haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wo du bei Blattdarm gelandet bist. Wir können ja mal die anderen Punkte vorlesen. IMDb, 8,0, Alter, richtig hoch. MetaScore, 64, Letterboxd, 3,7. Ja. Ich hab's ja schon erwähnt, ich bin bei einer 7. Du bist bei 7, ich bin bei 4,5. 4,5, dann doch so viel Abstriche. Ja. Das geht, als wenn der Film dich irgendwann mal verloren hat. Nö, also gar nicht mal das Interesse, sondern der Frust ist einfach immer größer geworden über das, was ich da sehen muss. Also, weil ich wirklich fand's krass. Alter, der ist da so gerade hinten raus, wird das so schlimm? Mhm. War ich ja nicht so verkehrt. Und du hast die 7 getroffen bei mir, oder? Ja. Eieieiei, der lieb wieder, ja. Tja. Ja, sehr schön. Ich hab ausgerechnet, wir haben einen Endstand. Haben wir einen Endstand, erzähl mal. Du hast 3,5 Miese und ich hab 2 Miese. Hat wieder nicht gereicht. Nee. 3,5 zu 2, Mensch. Ja gut, aber dafür, dass wir 3 Filme hatten heute, die wir vorher geraten haben, brauchst du das Ergebnis doch nicht allzu sehr zu verstecken. Nee, finde ich auch. Waren wir beide ganz gut unterwegs. Waren wir zumindest in ähnlichen Regionen, ja. Oder in richtigen Regionen. Ja. 2 zu 3,5. Okay. Ja. Dann werden wir uns mal schnell hier auslocken, bevor wir die 2,5 Stunden Grenze überschreiten. Noch 1,5 Minuten. Ganz wichtig. Well, good for you. You're right. Dann machen wir das mal schnell. Aber wir erwähnen noch, dass wir in der nächsten Episode über die letzten beiden Auftragsfilme reden, die diesen Monat noch ausstehen. Oh ja. Und welche sind das? Willst du das jetzt unnötig in die Länge ziehen? Das ist einmal Trust für unseren Kumpel Nils und der zweite ist, was war denn der zweite Alter? Was haben wir noch gesehen? Ach so, ja. Life of Shaul. Richtig. Nee, Son of Shaul. Son of Shaul, ja. Son of Shaul für Oli. So, die dann in der nächsten Episode runter werden losegezogen und Auftragsfilme präsentiert bei der letzten Episode des Monats. Und dann hören wir uns alle in der kommenden Episode. Genau. Danke an alle, die uns supporten. War das ein Satz? Nein. Danke an alle, die uns supporten. Jetzt sind wir raus. Tschüss. Tschüss. Bewegt Bild Banausen. Tschüss. 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 Tschüss.